Ja, let's go, oder Cooper spielt auf der Solo-Lane gegen mich. Der wusste halt, dass du auf-Lane-Lane spielst. Cooper wusste, er wusste, antizipiert. So, dann, äh, gut luck have fun, aber dann habt ihr ja Aurora bei euch, ist ja auch chillig. Aber Electronics ist ein guter Spieler auf jeden Fall. Der andere, die spielen ja immer zu zweit, also die sind auf jeden Fall eingespielt auf der Duo. Wir werden sehen. Ne, tu ich mal, das ist bei Irr. Oh, cringe. Ach so, scheiße, hier ist ein Chimera, Chimera hier im River. Du machst einen auf Grim-Solo-Lane, ich hitze euch das erst. Ja, ja? Wette? Was denn für ne Wette? Musst du aufpassen, dass die Wave halt schön aber dann Tower bleibt, weil sonst wirst du ein sehr leichtes Opfer. Ach ja, passt schon. Äh, der ist am Blue hier. Der will deinen Blue-Craft-Clown natürlich. Keine Ahnung, was das ist. Äh, Theo, kannst vielleicht deinen Fernseher oder was auch immer ein bisschen leiser machen? Jo. Ach, er ist ja gebacked. Ah ja, der hat wahrscheinlich nur gewordet. Ey, dann hat er aber so spät gebacked, dann ist er komplett late für seine Jungle-Rotation. Da wird zu keinem River da sein. Ich treffe hier keinen Schuss, ich bin voll schlecht. Das ist ja stinkig, der kleine Pupa. Das kriegt er noch zurück. Initiating. Jo, was ist denn das? Alter. Ich hab zwei, ja. Naja, wenn ich nicht beate, dann haben wir die Lane eigentlich gewonnen, oder? Ha? Schauen wir mal. Es wird schwierig mit Ufo auf der Dua auf jeden Fall, wenn du nicht bei den Cameras bist. Ach, total entspannt. Ich hab gar keinen Bock auf den Cameras hier. der gleich aus dem, keine Ahnung, wo rausgesprungen kommt. Hm. Es ist ja nett, der pusht die ganze Zeit, da kann so viel passieren. Ja, da sind wir wirklich nicht spüren. Wo bleibt der Chimera? Ich seh ihn noch nicht. Wir sind ab. Nein. Nein, nein, nein. Äh, geh hin, ja, auf die Back. Mhm. Krieg's aber auch nicht gesightstepped. Gibt's ja nicht. Geflasht? Ja, blick raus. Ja, blick raus. Wird man schon Cameras sehen? Ne, ne? Mhm. Mhm. Nö. Nur am Anfang beim Blut. Ja. Ja, lächst du ein bisschen so? Ich hab marginale aufgehauen. Ja, ein bisschen so. Ich hab's. Ja, ich hab's. Wir lesen mal! Ja, du, ich hab's. Er will jetzt mal hin. Ich hab ein bisschen, was wir draußen angefangen haben. Ein bisschen Spnanzen. Ist ein bisschen Spnanzen. Mit einem unseren Kampus. Witzig auf dem Sp Start. Kommt, bekommt der Contest, ne? Ich bin zurück, wie? Ah, ich wollte nicht, dass die die Lane freezen, aber jetzt kriegen sie halt hier einen Freeze. Na, schnell, da prüfen wir sie. LOL! Ich hör, alles doppelt ihr von dir. Ja, vom Tio. Oh, da ist Camara. Mein Headset ist, glaub ich, ein bisschen Schrot. Weil ich das über die Playsy verbunden hab, den Discord. Oder hat der den? Okay. Äh, Crunch Shields und Camara auf dem Silber Tablett. Ja, alles gut. Ja, rett ihr weg. Okay, ist Flash. Er hat Flash. Er hat Flash. Ja. Du hast den Sion bekommen, oder, Sonic? Ja. Es ist die Lane. Ja, ich... Äh, tut mir leid, aber ich werd Dings dann einmal muten, Tio Cello. Ne, schnell in die Mitte. Das nervt mich zu sehr. Ja. Alles doppelt hier aber. Ja, das nervt echt cool. Bellica kommt nach rechts. Bellica kommt nach rechts. Bellica. Mhm. Scheiße, mir fehlt 100 Gold. Ja, jetzt ist es über die Mitte. A wave kommt schon. Kann mir jemand sagen, wie die groben... Wie die groben die Performance-Punkte kalkuliert werden? Ach, auf All-Matter-City oder was? Komm mal auf die Bellica. Das steht aber auch dabei bei All-Matter-City. Ja. 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 Ich bin lang, ich fass sie doch mal. Ja. Ich glaub, der darf das. Ja, jetzt ist... ... glaube ich schon. Oh, Bellica kommt! Oh, wir rundieren. Ich komm auch in den Jungle. Die Doom kommt zu dir. Okay. Ja. Ah ne. Ich bin jetzt wieder hier. Ich bin jetzt wieder zurückgekommen. Chillig. Chillig. So. Ich komm mal nach rechts. Ich glaub nicht wirklich was, aber... Ja, der hat geblinkt auch, glaub ich. Noch nicht. Ja. Beide blinkt. Doch, er ist auch geflasht. Doch, er ist geblinkt und sie hat ihn auch weggezwungen lassen. Please enjoy the music while we recall. Please enjoy the music. Ah! Ich glaub ich komm mal her zurecht, wenn du Minions antitscht. Hm. Hm. Äh, Aurora Smith. Okay, da ist sie wieder. Nein. Kann sein, dass sie am Triple ist. Rechts ist Miss. Vielleicht am Fang? Ich glaub, wer glaub die ist am Triple? Könnte sein. Ich schau mal schnell, ob ich da am Fang. Ja, zu genommen. Ne, keine Ahnung. Da hinten läuft sie. Okay. Dann geh ich jetzt auf, äh, Minipunk. Okay. Ah, ich hab noch keinen Dash. Jo. Ich hab noch keinen Dash. Ich wär so schlecht. Actually, hol ich zuerst den River. Geben, kannst du recht den River holen? Ich hab noch keinen so nicht. Ich hab noch keinen Dash. Ich hab noch keinen Dash. Ich hab noch keinen Dash. Gleiche Items wie er und hab mich einfach so ultimaged. Ja, das ist halt das Problem ab hier, weil du reinflashen musst mit deiner Ulti. Ja, ich find die Ulti eh nutzlos, aber ich mag den Champion. Ja, die Ulti ich auch nicht. Ich würd dir den geben, Sonic. Oder? Bist du den überpasst? Nö. Eigentlich nicht. Vielleicht nehm ich den sonst eigentlich. Kannst du lieber die Mitte mitpushen oder du oder so. Bitte, muss ich den auf jeden Fall auch versuchen zu renovern. Wenn ich wieder ein bisschen weg bin. Oh nein. Bitte, ich bin jetzt an Titchen. Darf ich nicht. In die Base. Aurora Mist, kommt Mitte? Ja, die hat gewordet. Ne, die hat nur gewordet. Und die sind gebackt. Du ist auch miss. Und die sind gebackt. Hab ich hier keinen Arrow gesehen? Der wird vielleicht ne Reptar dran sein. Wird wieder gleich ne Warthman stecken. Komm nach links zu dir, geh draußen. Jo. Ja, die sind dran, ne? Ja, Fabi. Boah, ich kann sie nicht hin. Ja, ich kann sie nicht hin. Ich hab sie dir, Tiger. Ich hab sie dir unter den Heisen-Jungle. Äh, ich komm gleich wieder rechts. Auf die Ohren steif. Ich hab die Ohren steif. Just zu weit vorne geblieben. Camara keine Ult. Aber die diven mich jetzt nicht. Oder ich helf schnell, soll ich dann schnell beim Tower helfen? Ja, das bringt nichts. Also die machen jetzt den Tor. Ich kann das nicht dürfen, sonst diven die mich. aber dann holen wir wenigstens links doch so fast tot, musst du abholen den krill noch schnell machen? jo, du kannst aber schon back in ok, vielleicht ja ja ich musste halt nur den top aufgeben das war ja eh schon nach meinem ersten tod klar, dass wir den früher oder spät abgeben müssen ihr macht das schon später nehme ich den kooker auf, denn 101 ist mein ziel ich bin gespannt was baut kooker denn? baut der cringe blast oder baut der carry? ah, carry, ok er spielt ernst jetzt komm ich wieder oh, oh, oh ich hab dich da noch in gerissen ok, ich komm nicht nur selbst treffen, ey ich komm mal nach rechts wir sind eigentlich gerade du bleib da ok, so ne ne, da geht zurück, wenn ihr low seid wenn ihr low seid, dann geht weg die sind im blue der ist full gerabt ich komme, ich komme ok ist load kameras links, sie können oh mein gott ich hab leider kein q mehr oh oh da ultet sie mich bist du? nein, ich hab den falschen ultet leider kein damage ich kann nichts mehr machen ach, der root kam 0,1 sekunden bevor mein dash ready ist ist sehr belastend ich muss den blue mal ein bisschen gewordet halten wer followt denn da rein? der späh michael wesor vielen, vielen dank please enjoy the music so, ich kann grad nicht viel machen raptor ist nicht da crime ist nicht da komm nochmal nach rechts mhm komm nochmal an die mitte was machst du eigentlich auf der kehre als zweites? den dash lieber oder den rechtsklick? rechtsklick KVDK geht nach rechts sehr schön krassias krassias ist gold noch da, hast du geschafft? ne, noch nicht, aber müsste eigentlich 30 sekunden bitte dann holen wir mal die tower vielleicht unser bodyguard ist ja in general mhm Aurora ist backgeportet ach, das ist echt gut jetzt auf jeden Fall Camara und Dings wenn ich kommen muss, sagt der Bescheid ansonsten flubschieb ja wir gehen, aber Aurora kommt jetzt auf ihr könnt einfach mal verschieben ich hab alles was ich wollte gut gehen wir ein bisschen zurück weil da ist jetzt da hat er keine Aurora, die Aurora ist da ja Aurora ist mit der Aurora ist mit der Aurora ist mit der das wäre gern den Gold-Buff machen weil das ganz einfach tot bei mir bei mir ne ne das kann ich gold dann gehen wir raus oder oder willst du noch mal äh ich komm zum ich komm zum raptor matt den raptor können wir jetzt noch free haben dank für die ult, aber das wäre eigentlich nicht nötig gewesen er ist 2 level unter mich, wenn ich mich hierherd, aber ich hätte auch noch sagen können ich wollte, ne ich bin einfach gekommen und sofort auf das das ist abstaubend gold gold raptor, raptor raptor, äh jubel komm endlich, du kommt auf die zombie ist weg du hast das might, oder? naja schon noch traded, sonst ist es noch so früh im game ouch na, flash raus mini prime ist auch ab oh man da gehen wir drauf na, knapp, knapp hab nicht gesehen, dass du nicht mitgemooft bist na, ich bin natürlich auch mit Velika ja, ja, ich hab nicht geguckt, dass du den anderen mitläufst mein Bett du bist einfach da auf aurora smith was es hat nicht viel geguckt es hat nicht viel geguckt es ist auch rora war hier im jungle Ich hab nur Last Hits genommen Clean Wolfie, danke für deinen Prime Marine, wo all das geht Vielen, vielen Dank für deinen Support Tainted Aurora Mist immer noch Das Fels Mist Komm nach rechts Du kannst auch den anderen helfen, dann steh ich nur in meinem Türmchen, ist noch kein Ding Nein Ich komm später Kamera im Blue Jungle, aber da ist nichts mehr zu holen außer der Blue Das ist jetzt so ein Stinker, der da auch noch free ist Kannst du, du willst den Blue haben, Sonic Kannst du den nehmen Ja Echt war da? Das ist aber Chimera da Ne, die Chimera nicht mehr da Oh Chimera Ich schlägt 60 rein, dieser Kubler Doch da Ich hätte da an zu freezen Ich komm nach rechts Ich komm nach rechts Okay, Kamera doch nicht da Ne, da ist ja noch ne Bellica, sonst hätte ich gesagt, wir dive'n den einfach Alles gut, pass auf, pass auf, pass auf Das ist zu viel We dive'n Ich mach'n weg Ich auch Chimera Chimera und Aurora Miss kommen Mitte wahrscheinlich oder so Ja, mach's ja, ich weiß. Boah, ich geh voll viel ab, bei mir geht gar nix ab. Der kommt doch safe gleich nochmal von der Seite, oh ne. Herzlich Willkommen im Solo-Layer. Ich hab Gold wieder. Dann kein Turm. Ich hatte echt gehofft, dass der Twin noch mal für den 101 da irgendwie so ein Geil hat, aber... Ah neat. Komm in die Mitte. Ja, ich geh nach rechts. Miss, miss, miss. Ja, Cameras hier. Der Twin war auch rechts. Ja, die Duelane wird da re-reacten drauf. Wird man hier sehen. Wir kommen dann von hinten. No. Idiot. Ich bin auf dem Weg. Die sind hier zu dritt, ja. Die sind halt vor mir da, ne. Nein! Warum kann ich da nicht drüber schießen? Okay. Velika, Velika. Ich hab die draus. Lol. Ich will, ich will. Die Droh kommt. Wo denn? Ah ne. Der steht hier noch. Der steht hier noch. Ich steh'n geblieben. Aurora ist hier auch. Müsst aufpassen. Über hier. Fuss die Mitte Lane. Pass rechts auf. Nein! Er lebt noch! Aurora kommt rechts. Ja. Ah, der ist hier schon. Wollen sie nicht fang? Ne, fang ich nicht. Fällt nicht. Fällt nicht. Aber der kommt jetzt, der große ist schon fällig. Das wartet legit nix ab. Aber fang ich immer noch, machen wir noch. Ja, ja. Der spawnt jetzt. Uff! Geil. Troffen. Ah, 17 Sekunden. Ich geh'n noch mal weg. Ich geh'n noch mal weg. Ich geh'n noch mal weg, dann geh'n noch mal weg, dann geh'n auch schnell bis. Aber die gehen bestimmt gleich hin. Bleib da, bleib da, bleib da. Ich kann herholt. Ne, die kann immer wieder rein, mit ihrer ult. Ja, ich kann rein. I'm away. Ich bin so langsam! Ich hab' dir schon speed left. Die Teams fährt dieses Mal. Naja, es geht. Äh, doch. Wo? Ja. Der hat halt gar kein Leben. Ja, der hat halt gar kein Leben. Wir haben keinen Jungler, wir könnten einfach das Erfekt machen. So wie sie ist nun geworden an der Ecke? Komm da rein, die Petra. Nice, good job. Total über die Ecke und dann runter renn. Geht's für meine Wave? 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 Geht Wave, geht Wave, geht durch Wave, ist okay. Ich guck' ob ich irgendwo Picks kriege. Dick Picks. Dick Picks, genau. Geh' ich kurz als Frau auf Tinder. Ja, geil. Einfach Fake Account machen. Äh, Aurora Miss? Ich glaub' die hat aber grad... Rechts hat ge... Green gemacht. Space. Space. Firing. Ah, die nächste Wave. Immer glaub' ich noch pushen und dann müssen wir rennen. Oh shit. Ja. Ich würd' gar nicht so weit vorgehen, glaub' ich. Komm' in Amle. Bellica kommt. Bellica kommt. Bellica kommt. Komm' alle nach rechts. Äh, Gryph, können wir zu zweit Prime? Können wir zu zweit Prime machen? Wenn Aurora alle rechts sind, ihr müsst rechts abfassen. Hinterrin. Ihr rennt nicht alle auf euch. Ja, ich bin weg. Aber ich hab's noch gesagt. Ich hab's gesagt. Und direkt. Ja, die Aurora stand da schon. Ich hab's gehört. Da war's nicht weg. Ich hab's gehört. Oh, da war's nicht weg. Ich hab's gehört. Da war's nicht weg. Naja, dann auch mal nicht. Ich hab's gehört... Naja, genau, wenn die du so bist. Ich hab's gehört. Oh. Außer können. Bin's gut. Die sind gleich da. Die sind gleich da. Hast du Smite? Ja, ja. Okay. Nice, good job. Oh, die sind in der Mitte. Kamera tot, hm? Ich geh auch kurz die Bälle geholt. Ich kann ihn von hier nicht abknallen, das ist ja dumm. Jetzt aber. So, ich hab Face getroffen. Egal, in your face. Initiating. Schön. Rechts bitte. Bitte bitte um. Schön, wie ich die alle abstaubende. Und du kriegst ja auch die Silberplätze nicht. Aurora Miss. Ich hab ja noch das 101 vor mir. Oh, schade. Komm zu dir. Nein, ist rausgegangen, oder? Alles gut. Jetzt passt es falsch. Oh, hier ist Chimera. Schade. Bin ich gierig? Ja, rechts einfach Pushen, rechts einfach Pushen. Ich hatte immer nix mit Blink-Dash irgendwie, aber... Chimera und Aurora sind bei mir beide. Ich frag einfach nach einer Ult. Wenn ich eine brauche, ok? Ja. Wollen wir... Ihr macht Rechtspressure, passt rechts auf, ne? Ich bin zu weit nach vorne. Oh, yo. Hö? Nice. Sie hat geultert und hat ihn aber nicht an der Leine. Lol. Mh! Der Schatz, du bist. Jetzt wäre ein WK geworden. Mhm. Die kommen in den Mitte zu. Haha, Kuba ist fast tot. Hehehehe. Ja. Was hätten da wirklich sein müssen? Der Link hat chased umsonst. Wir haben Links. Ja. Ich geh's nochmal bei dir. Ah, klar, ich glaub... Äh, zurück, rechts, rechts, zurückkommen. Oder? Irgendwie kommen? Nö, wir sind alle da. Ah, also ich glaub, wir können ja eh nicht enden, oder? Also... 5 gegen 5 würde ich mich wundern. Äh... Wenn ihr nochmal chillen wollt, können wir doch den... ...letzten Raptor gleich holen, ne? Hauptsache, ihr sterbt jetzt nicht. Hier ist Volt. Ja, lass so'n Raptor. Aber... Also, ich komm... Ich komm irgendwie nicht durch hier. Hi Sonic, alles fresh? Hast du schon den neuerer Link-Gehirn-Chip von Tesla gesehen und einen Querschnittsgelähmten implantiert bekommen hat? Wenn ja, wie findest du das? Äh, ja, find ich... find ich nice. Okay. Oh, okay. Brauchen keinen Kehrer. Ne, ich... Ja, aber ich hab's jetzt auch nicht drüber geschafft. Oh, sorry. Ich wollte den haben für den X-R-Damage. Ich hab bei 15 Sekunden keinen Smite. Oh. Na ja, dann schaffen wir. Na ja, dann schaffen wir. Kommt keiner oder müssen wir kurz stoppen? Kommt keiner. Wir sind hier rechts auf der Lane. Ich glaub, die haben schon gar keinen Bock mehr. Meinst du? Ja, ich guck die. Kommt dann richtig her. Kommt die alle nochmal back? Okay. Ja. Was baue ich denn noch so? Was ist denn noch geil? Plasma-Blade? Ich brauche Plasma-Blade einfach. Einfach, weil ich's kann. Carry on. Ähm. Kann der der ADCs meinen Red haben? Was? Kann ich nehmen, wenn du den nicht willst. Aber ich glaub, ich bin nicht so beeindruckt. Du bist ja jetzt schon ganz anders. Also ich glaub, der Grimm ist deutlich besser im Games. Ich glaub, der hat da mehr von. Hä, ich hab drei Kills. Du hast vier. Aber du bist gewohnt, Carry zu spielen. Ich bin der Offlaner. Hallo. Ich bin Offlaner. Ich bin Tank. Tanky Grimm. So, mal gucken, ob wir jetzt irgendwo ein Fight beenden können. Ich blink einfach rein, damit bait dich alle und dann könnte sie abholen und gehen. Geil. Wir haben hier ein Wort. Wir haben einen Plan. Und rechnen die nie im Leben, dass das gewollt war dann. Alle in der Base. Ja, die wollen alle Base verleiden. Oh ja. Oh ja. Wer kriegt sie als erstes? Ich. Ich. Jetzt rennt sie aber weit weg. Das ist eine Veränderung. Wir gehen einfach aufm Chor. Hallo. Okay. Na gut. Wie ist das? Janine kann ja Ulten. Ich muss die Aurora-Ulten auffassen, ne? Ja. Ich kann Ulten so nicht. Boah, ich hab Falsche getroffen. Schön Ult. Ich krieg gar keinen Schaden wegen Ult-Kugel. Hey. Warte. 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 Ich wollte sie noch killen. Oh shit. Ich bin kein Minion. GG. So, jetzt kann ich ein Tio wieder lauter machen. Yay. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Dein Mikrofon ist entweder zu... Zu fein eingestellt oder dein Fernseher zu laut? Ich höre ja aber den ganzen Ton eigentlich nur über das Headset. Ich weiß nicht. Mal gucken. Hä? Echt? Ja. Vielleicht ist dein Headset laut. Vielleicht ist mein Mikro vielleicht ein bisschen. So, holst du mich wieder hoch oder? Ja, wir gehen hoch in den Treffpunkt. Das musst du wissen. Gut. Ich bin, ich bin Luke-Player. Was baut man denn auf Aurora so? Fire Blossom? Immer geil, oder? Nein. Flaschheim denk ich ja. Fire Blossom ist ein Dead-Item. Haben sie es mal tot genervt? Ja. Jetzt absolut tot. Endlich. Echt jetzt? Das ist absolut scheiße. Was baue ich denn sonst? Äh, ich glaube du gehst aufs Oath Keeper, weil du Haste haben willst auf dem Hero. Oath Keeper. Oath Keeper. Okay. Oh, warte mal. Oh, okay. Ich habe vergessen zu warden, aber wurscht. Ich würde schon keinen wählen. Gute Hölle spielt er Deka ADC. Du kleine Ratze. Das ist halt der Koopa. Magnify First Item. Was denn jetzt? Magnify? Kann auch in Magnify gehen. Oath Keeper Magnify. Okay. Äh. Aber ich brauche doch Anti-Heal, oder? Guck mal, die haben ziemlich viel Heal. Oh, beide getroffenen Laser. Und die haben ja fast nur Radical Damage. Äh. Ist auch Kira. Ja. Ist auch Kira. Da wäre ja noch, äh. Da wäre ja Tain the Bastion. Kann auch bei mich Level 2 Gang. Gank. Schade. Bisschen Wasserübung. Du siehst mal waffi taffi aus. Er ist ja absolut Maidenless. Maidenless. Er geht Level 2 Gang. 3 und 5. Du Armeidenless. Ich komme mal nach rechts. Ja. Weil die Probleme gegen dich hat. Wollt ihr was chillig starten hier? Jo. Ein Stun oder so? Bitteschön. Er puckt mich halt nicht. Ist egal. First Base für die Sekunden. Ist komplett off. Flaschen. Nice. Wieder gegen. Ja, war ein schöner Stun. Dankeschön. Dankeschön. Das liegt auf 10. Haha. Bitteschön. Ja. Schade. Habt ihr den Jungler gesehen? Nope. Der war länges dahin. Der hat mich Level 2 gegangt. Okay. Vergessen. Schon lange her. Ja. Dann ist mein Blue wahrscheinlich auch weg. Ja. 100% Blue. Geber kommt gerade zu spotten. Äh, Countess könnte jetzt nach rechts kommen. Du musst aufpassen, ne? Ja. Kommt auch. Scheiße. Aber, äh, der sieht vor Ort. Das heißt, der kommt nie im Leben heran. Ich kann, ich kann den Sand, wir können den Sandwichen. Ja, ich hab 6 Sekunden auf Stun. Alter. Ja. Oh, ne, der kommt da lang? Ja. Was ist... Okay. Leider nicht. Ist gelegen. Ah, okay. Schade. Ja. Wann einfach gehen. Hm, okay. Ich geh einmal. Ja, der hat auf mich getischt. Kommt ihr raus? Oh, oh. Ich bin raus, jo. Aber so dronko wahrscheinlich nicht. Oh, oh. Scheiße auf Rafe geworden. Na, scheiße. Ich hab Face nicht gesehen. Unlucky. Ja, ich müssen einwerfen. Was willst du einwerfen? Ja, ey. Von der Distanz. Er trifft sein R&B auch nicht. Ist okay. Ich treffe meinen R&B nicht und Morrigash trifft ihr R&B auch nicht. Geil. So muss es sein. Oh, jetzt. Oh. Komm her. Achtung. Die machen... Die Duelin macht Ding. Im Goldstaff. Countess ist, äh, wieder miss. War im rechten River eben. W-schlieg. 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 So, mal gucken, ob wir im Blue jetzt was... ...nachgewachsen ist. Kommt die Morgash weg, Gang? Äh, Morrigash ist geflasht. Äh, okay. Dann kein Bounce. Schade. W-schlieg. 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 Oh, Airtron. Oh, Airtron. Oh. 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 Blue jungle. Holy. Das lös ich auch mal. Super. Ich komm rein. So made, lästiger. Nein. Der hat sie rausgezogen. Hurra. Das war meine Ulti, okay. Schwer zu ganken, schwer zu ganken. Mhm. Ja, die war leider zu weit hinten für mich. Äh. Ist das sehr gut. Bin hier ein Raptor? Ne. Ich bin maybe ein Mini-Prime. Wir sind sehr wahrscheinlich ein Mini-Prime. Sind dran, sind dran, sind dran, ja. Ja. Äh, Raptor sind sie da. Nein. Komm schon, Togo. Oh, oh. Oh, oh. Autsch. Er ist am Leben. Schade. Okay. Haben die einfach ein Raptor gemacht. Hm. Brauche ich die Obelisk oder Tempest? Tempest. Ja. Nicht vergessen, dass du einen Double-Jump hast, den Countess-Ulti tanken kann. Der den Countess-Ulti tanken kann, okay. Ach ja, ja, dann passt die Jump, ja. Was heißt, wenn die mich ultet, kann ich Double-Jump machen, oder was? Äh, also quasi, wenn du den mal Double-Jumpst, wo der Count ulten will, dann ultet der deinen Klon da. Ernsthaft? Ja, ja. Wenn es ja ein Tagerisch was man anvisieren kann. Das ist ja insane. Muss wahrscheinlich sein, in dem Fall. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber... Sorry, Gash kommt nach rechts zu euch jetzt wahrscheinlich. Ist hier jetzt aber auch so was für Raven-Int? Ich bin da. Oh. Also, ich möchte auch nur kurz Hallo sagen. Hallo. Hallo. Das wäre gut. Sollen wir einen Mini-Prime machen? Jo. Hey, wir kommen die Farn-Test. Und der Watt-Toba, der war sein. Ich bin irgendwie laiv. Toll. Erstmal drauf geholtert. Ich hatte Execute. Ich habe schon gerade einen Execute gehört. Achso. Willst du nehmen? Ja. Verdankt. We're back. Die Firma verdankt. Also, die, 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 die Aurora-Puppe kann anbietet werden von, von allem? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe sie noch nicht gesehen, aber so ging ich jetzt mal den Call aus, dass das so gemeint ist. Ich back in der Mitte, ne? Mhm. Ja. Das wäre ja Ultrascheiße, zum Beispiel bei den Revenions. Ja. Das wäre komplett nutzlos. Aber die Frage ist, wie sich die Reaktion beschäftigt. Bist du einfach mit der Puppe der dann Ultimate, also in dem Shadowroom oder wie genau? I don't know. Ja. 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 Ja, also wenn du, wenn du danach, dann zählst du noch, aber er wurde bevor sie connected hat. Okay. Ja. Ja. Ich bin extra geflasht dafür, was den Scheiß. Ja. 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 Ja, die calling us und inf millennials. So. Ich gehe auf die. Du Lane. Aurora muss ein bisschen genervt werden oder? Was sagt ihr? Nein. can you think. Wie ich denke. Sieidschaden in Solon. Also sie hat aber auch nur den Jungle J pilot. Sonst ist sie eigentlich gar nicht gut. Also ihre Animations sind ja viel zu langsam. Die sind echt langsam… und dann auch gebunden, dass du auf der Erde wirst, und den Luft kann schon wasches machen. Das finde ich auch locker. Das ist jetzt ja weniger. Das ist ja absolut ja factors bang Dybalмовik. Ich würd's lieber wünschen, dass sie mobiler ist, weil sie nicht auf dem Boden sein muss und den ganzen Glimbim, aber dafür ein bisschen weniger Schaden macht. Oder nicht so lange stunnen kann oder so. Quasi dieser kurze Delay, bis du da würd ich dash, der find ich halt ein bisschen unnötig. Ja. Die zu krass. Zu stark. Bluber vollen. Der Stormbreaker ist richtig talented. Könnt ihr den Raptor warden? Komm rüber. Aber Contest ist nicht da. Contest ist hier bei mir. Ja. Hier ist sie oben. Hier oben, hier oben. Fraysnipe? Ich bin einfach shit. Schade. Na, was, was? Easy. Easy. Oh nein. Ah! Hast du einen Megacosm oder so? I don't wanna die. Okay, ich hab überlebt. Nee, nee. Jetzt kann ich halt nicht an Raptor gehen. Digga. Made in less. Du hast Spaß. Die ganze Zeit. Digga. Spittert range offlane. Er ist richtig technisch. Aber keine Sorge. Erste Spanxos game fiel ich gegen ihn. Holy shit. I'm actually so dog shit. I swear. Actually kill me. Da wird er erstmal direkt rausgenommen. So im Kampf ganz ins Schweiß. Rächt dich dann für dieses Game. Ich bau mal Flux Matrix, he? Weil die haben eh 4x Energy Damage. Kann ich die Rüstung gut gebrauchen. That's okay. No bitches. Und der ist rechts. Du 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 du. Mann, immer beim Action machen wollen. Machen wahrscheinlich jetzt fang. Jo. Im zweiten. Na, die steht noch hier. Die kommen Mitte ganken. Oh shit. Bin am Start. Na, der könnte rotieren. Aber wenn das macht, verliert es dauer. Ich meine. Oder nicht. Hab ihn da mal reingezuckt? Oh, ich krieg aufs Maul. Hab ich gesnappt? Noll. Geil. Das ist nur Damage irgendwie rüberkommen. Drogo. Let's go, Drogo. What, ist geflasht? Hab's denn? Schöner Sand. Bodyblock. Wo ist sie? Ja, wir haben sie, wir haben sie. Okay. Warte, du bist auch gestorben. Scheiße. Ja, ich hab den Bodyblock. Oh nein. Ich bin tot. Oh nein, schade. Oh, wo kommt die denn jetzt noch her? Was für ein Rixxer? Der läuft gegen die Wand. Ich weiß nicht, Christina, hat die Puppe was geholfen bei der Contest-Ulti. Nee, ich glaube, das war wegen dem Stun. Ja, ich hab sie gestorben. Ja. War bisschen zu spät. Let's jump. Also schwärzt ein Time. Da muss man schon genau wissen, wann sie das machen will. Gary, ich wünsch dir was für morgen. Viel Glück morgen bei der Klausur. Hm? Hm? Digga, er hat halt NO BITCHES. Oh, schade. Holy fuck, man. EW! Komm nach rechts. Oh shit. Hab's noch mal gestatt? Hab's im Caged? Ah, ähm. Oh. Nein. Ah, schade. Nein. Da kommt Countress. Ah, das kommt auch noch. Ah, das kommt auch noch. Ich will ziemlich sicher mich wahrscheinlich. Ah, nein. Okay. Okay. Yo. Nein. Okay, schade. Hups. Was auf Morigesch kommt. Da kommen alle. Ja, ich kann jetzt nicht contesten. Irgendwas. Okay, ich hab da bekommen. Er sprayt auf mich. Oh mein Gott, der dreckige Bastard. Oh mein Gott. Moment. Er denkt, er ist richtig gut mit seinem scheiß On-Head-Build. Die machen wahrscheinlich Raptor gerade. Nee, okay. Ach, nicht? Oh, felsich. Gut. Flux-Matrix. Er läuft gerade weg vom Jungle. Äh, längst miss. Und hat die hier gebordet. Das hat doch mal so nichts geht. Sind die am Rudner? Doch, doch. Oh. Hab's meid. Und hier. Wir können clean up. Wenn sie den bekommen ist, wo der war. Aber wir können clean up. Schade. Leu. Der kommt mit mir drauf. Wir können da auf jeden Fall clean up. Oh. Alter, der springt. Ach, da war noch Kira neben mir. Die im Dings nehme ich. Okay, hinter die Sand. Nein. Der ist reugisch. Was nicht so low. Jawoll. Schön, dass dann. Oh, nein, die Wand. Gut, also mit dem Clean up war ich nicht so knapp wie ich jetzt überhaupt habe. Du meinst. Du meinst. Ich bin auch komplett bad, alter. Also ich bin einfach, einfach disgusting. Ich muss Sparrow spielen, glaube ich. Es ist alles over. Sparrow hier, Sparrow phase und all dies. Tja, Fenta immer noch vor allen weg. Ich denk mir auch so, was stimmt endlich mal. Fies, man. Fies fast. Ich hab' die Chasen. Er flasht sogar. Oh, was seh' ich hier? Was spiele ich? Aurigash kommt, Aurigash kommt. Und Aurigash? Ja? Let's go. Oh, schade. Ja! Nice, good job. Kira hat glaube ich auch keinen Flash. Richtige talented Players. Schade. Mhm. Ich geh' auf Kira. Oder auf FaZe. Ja, jetzt kann man. Kira hat meine ich keinen Flash. Ich glaub, sie hat für mich geflasht. Nice. Reset. Oh, nice. Seh' nix. Sicherlich. Lass' mal'n Tower holen, ja. Es ist halt so dumm. Hey, du bist auf den Kopf gesprungen. Da sieht einer aus wie Fitbar aus dem Pro-Gamer. Er deckt er schon, mies. Kannst schon an die rankommen. Oh, hier ist Countess. Okay, ja, die rennt weg. Ich komm' zu dir, wenn er... Ihr könnt Gold noch holen. Errot, er geht weg. Jop. Und die Base. Ich kann nicht mal zur Strafe gehen. Oh, da war's. 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 Don't worry, I'll be back. I gotta get on the Wraith Arf again. Links ist Miss, pass auf mit zu. Ich komm' mir nicht mit zu. Ui, Junge. Ich bin auch on my way. Uuuuutut. Ja, das freut mich dir. Die werden sich ja richtig. Mehrere Ults. Hahaha. Mehrere Ults. Was da? Toll. Wir können das bitte fighten. Jop. Oh! Beide klicken. Digga, es leckt absolut. Okay, ich seh gar nix. Es leckt absolut. Was ist mit dem Scheiß-Game los? I don't know. Die kommen nach rechts, glaube ich. Schade. Ich habe einen Decker bekommen. Decker ist aus meiner Ulti rausgesprungen. Ne, das hat doch gezählt. Das ist geklänzt. Achso, okay. Ich brauche hier einen Filmfang. Ich glaube, wir werden das fighten. Ich glaube, die Kira braucht keinen Flash, ne? Decker hat keinen Cleanse. Decker hat keinen Cleanse. Sollte Playable sein. Ich habe alles ab. Decker ist Dings. Ja, er müsste Free sein. Ich bin hier. Ich habe bis dahin auch wieder meinen Active Up. Der Drongo ist noch nicht da. Junge, machst du Damage? Oh, guck mal da. Let's go. Wir könnten Primeplane. Könnten wir machen, ja. Nimm den Riverbuff mit. Oder ich nehme. Aber rechts wird gepusht. Das ist vorderbar. Egal. Wir turnen jedes Mal weiter. Wenn ihr irgendwas zieht, einfach hier. Ich werde hier noch runterkommen, 100%. Ja, ja, hier kommen wir jetzt wahrscheinlich. Gut, die wird sich hochziehen. Kann sie nicht, kann sie nicht, kann sie nicht. Okay, dann. Let's go. On my way. On my way. Wo ist aber die Phase hindurch? Let's go. Wir finischen. Abzabistan! Okay, let's go. Gib mir Fuffi. Haben wir. Okay, die hat keinen Flash. Morriga hat keinen Flash. Ich reset für Tempo. Jupp. Oh, 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 oh. Mahlzeit-Demo. Schöne Freize. Ich hab 10 Assists. Was soll das? Mal live. Ich hab auch 3 Kid jetzt. So, ich push mit dir, wenn. Auf der linken. Hm. Okay, okay. Wir pushen rechts. Fine. Morriga schafft das Mitte kein Flash, by the way. Ich hatte da auch keinen Link. Mehr. Jo, wie macht der denn die ganzen Minions weg? Alter. Gute Frage. Junge. Der killt mich ja hier. Lauf. Okay, was ist denn der krasses Schild? Dann maybe that. Kommt das. Oh. Oh. Okay, was ist denn der krasses Schild? Oh. Oh. Lauf. Oh. Oh. Dötchen, wenn er weitergeht. Nice. Contest tot. But he's close. Wir werden reengaged. Der hat kein Flash, ne? Warte. Sorry. Okay, was könnte jetzt? Nice. Let's go. Der macht so viel Damage, ey. Holy shit. Ah, it's on. 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 Absolutely broken. Nice one. Aber egal. Wir haben Minion. Ihr könnt links kommen. Backford. Oh, wow. Das ist GG. Let's go. Schönes Game, boys. Nicees Comeback. Comeback. Comeback? Okay, ja. Buddy'm close. Never mind. Also, ich habe 95% meiner R&Bs habe ich gemisst in dem Game. Echt? Das war schon. Aber hey, die 5% haben es dir zum Sieg gebracht. Ja. Danke, Gamer. Danke, Gamer. Ich bin der Einzige in No-Skin hier. Feindlich. Ich glaube, der hat auch keinen Skin, oder? Oh, mein Ersten ist da. Perfekt. 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 Oh, ich hatte keinen Skin. 18.000 Damage. Zweitmeisten Damage. 10. 10. Nice. Der Jungler, oder? Da, hier, dieser Illotyp. Ja. Illotyp. Ja. Was spiele ich denn? Das ist bestimmt so ein Invader-Boy. Ähm, ja, nicht wirklich. Aber wenn er fängt schon wieder zu spielen. Wenn wir spielen, macht das eigentlich nicht das Spiel. Meistens, äh, nicht safe am Early-Game. Echt? Mit Fing-Mau. Dann spielst du Fing-Mau? Das ist ja nicht zusammen. Ja. Aber es klappt. Ich brauche erst mal Venkwischer, glaube ich. Was ist ich jetzt eigentlich? Let's get to it. Ich brauche erst mal den Wegwischer. Aber die haben Hori-Gash. Das ist ja eh klar. Vielleicht fange ich mit Terminus an, dass ich mich heilen kann. Hm. Weil die haben ja widerlichen Poke. Ja, ich bin auch schon überlegen, was ich jetzt als Live-Rack nehme. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass man bei den Start-Items ein bisschen mehr anpassen kann. Weil du kannst ja nur ein Item kaufen. Aber dein Heiltrank zum Beispiel ist immer gleich. Und du kannst ja auch nicht ein anderes... Also klar, du kannst ein Crest auswählen oder so. Aber du kannst ja nicht irgendeine Fähigkeit auswählen. Oder was anderes statt den Blink. Warum kann ich nicht ein Item mitnehmen, dass ich keinen Blink habe? Aber dafür habe ich höheren Live-Rack oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber ich sage euch... Dann fängt die an wie bei Overcry, das kann ich. Ich habe es geleakt, dass es wird ein sechstes Item geben, was aktiv ist. Also keine Ahnung, ob es das wird. Aber ich glaube. Aber mir will das niemand beantworten, die Frage. Ich bin mir gespannt, ob das bei Console hat funktioniert. Ja, eben. Du brauchst ja dann eine Taste mehr. Ja. Du musst dann wahrscheinlich so L2 und Dreieck drücken oder sowas. Okay, ich wollte da hin. Egal. Alles Drain-Snap, ich komme jetzt auf Lane-Gang. Okay, ich hätte schon Gang-Fuste blinken. Aua. Der Fang könnte zur Duo kommen. Vorsicht. Zur Duo? Ja. Ich bin die Duo. Oh, das ist so kacke. Ich weiß nicht, wie viele Patronen ich da noch drin habe. Wer hat das jetzt echt? Ich bin so gut gemacht. Will das nicht unten rechts dann? Bei deinem Rechtsklick oder so? Nee, da noch nicht. Nein, guckt ihr seine Leben an. Schade. Oh, der ist der Gang. Alter, okay. Ich hau ab. Zwei Flashes raus. Ah, die wird gleich werfen, weil ihr scheiß Ding. Oh, hat gegen Tower geworfen. Nice. Pass auf, nicht, dass der da oben... Ich finde das. Ich finde das. Ich guck schon. Ich guck schon. Wenn du den Linken nimmst? Ja. Versuchst du das noch? Ja, nee. Fäng Mitte? Fäng ist ja. Oder? Ja. Er ist ein Fang. Achso, Hello Tricks. Also nehmen wir dem hier mal ein bisschen D. Bitte, Ruf es geht. Jo, danke. Das wäre cooler, wenn man so rutschen würde, wenn man da drüber läuft. Okay, er ist geblinkt. Haben wir noch ein Blink, Christoph. Das ist doch super. Er hat ein Buff und den Blink. Rutschen. Du, den Fett? Wir haben Gold-Buff gemacht. Die machen Gold-Buff. Egal, kann man jetzt nicht machen. Ja, jetzt nicht. Wird chillen. Ja, ich weiß, dass es beim Links-Klick steht. Aber, okay. Aber ich kann ja nicht immer da runter gucken, während ich fighte. Weißt du, wie ich meine? Das war dich bei Park und Over richtig geil, dass er den da Bildschirm baue. Ja, genau. Das war viel, viel besser. Die sollen einfach vier Punkte machen. Das sieht auch richtig gut aus, wenn er nachgeladen hat. Ja. Wenn der da Bildschirm ist. Was? Ich hatte gehofft, manche gehen ja, wenn sie recallen, direkt in ihren Shop rein. Achso. Achso, ja, ja. Aber er hat geguckt. Schade. Ah, Alter. Ich krieg Kacke ins Gesicht. Oh, du schackst nicht raus. Jetzt. Aurora. Easy. Geil. Ich bin nochmal dieses Bild, glaube ich. Einfach, okay, Aurora supported hier. Nein. Nein, schade. What? Du warst schon fünf Meter aus dem Tower raus. Wo ist Fang? Weiß ist einer? Ich hätte auch passiv aktiviert. Okay, der geht zum. Der müsste bald sein Red-Side-Jungle sein, weil ich bin auch wieder warm. Hamburg, jetzt können, äh, blinkt mehr. Komm, wir mitte. Der kommt schon wieder, äh, der Jungler. Ist da unten? Ja. Ah, der klaut jetzt den Buff. Ich bin auf dem Weg. Äh, pass auf, du. Er kommt links. Ja, ich seh's. Greifst du dich an? Nee, ne? Nee, nee. Ich hatte gehofft, du kannst ihn laden oder so. Oh, oh, oh. Der ist gierig. Ich bin ohne. Ja, ja. Jetzt muss der Revan nur überleben. Ja, jetzt go. Auf dem Nordrack dann auch. Nein. Sehr gut. Stopp, die neu. Okay, let's go. Alter, ADC-Aroba. Nice, nice. ADC-Aroba. Der ist der gute alte Carry-Base. Oh, ja. Meine passive. Hm, wir können Fakto fahren. Muss Jungler sagen. Ich glaube, dafür bin ich ein bisschen scheiße. Okay, ich meine, die passive sind. Ja, als Shimby ist doch gut. Lass mal Gold-Buff gucken. Ja, jo. Ah, ist nicht, ist nicht da. 25. Ich halte mal echt pünktlich. Okay, lass mal resetten. Mordor kommt wieder. Obwohl, ich würde eigentlich gerne... Der Gold-Buff gucken abhauen, ne? Ja, das ist 10 Sekunden, ja. Okay, ich habe Ult. No Wist, No Fun. Ist so. Der Hauzer ist back. Ist der gerade backgegangen, Stadion. Ich würde da gerade mal reingucken, wenn der jetzt geht. Oh, die kommen. Ich spiele aus. Nein, er hat durch die Dings geschossen. Oh, was ist die? Oh, was ist die? Der am Spitze. Den guten Schmörder. Der ist doch nicht schronen. Nein! Oh, schade. Kein Glück. Na gut, dann geht's nach Hause. Too bad. Mach doch mal Damage jetzt. Was ist da los? Ich habe 2000 Gold. Ich muss gleich erst mal backgehen. Ja, okay, Leute. Dann schoffen wir jetzt einfach komplett rein. Oh, der Dings ist hier. Oh, scheiße. Okay. Oh, ich habe den rechten Überbruch und könnte auch nach rechts muchen. Ja. Ich habe auch eins, drei. Ich habe mein erstes Item voll. Ich habe jetzt ein bisschen Lifestyle. Ist der Zarus aggressiv auf seiner Lane? Weil dann könnte ich auch gleich mal da vorbeischauen. Ich gehe jetzt an Dynamo und dann hauen wir rein. Hi. Der Mörder hat wahrscheinlich jetzt wieder Flash. Morigesh hat er schon 1,20. Also schon zwei. Also ab 49 hat es wieder. Also, schaut jetzt mal den Offlaner ganken, wenn ihr den Raptor warnen könnt. Weil wenn die mich sehen, könnte sein, dass der Fang da hinrennt. Ich habe leider kein Wort gerade ab. Ja, ich habe ein Wort. Der Stress. Oh, der Scheiß Tower. Oh, das Fang in der Mitte. Oh, das Fang in der Mitte. Ich komme auch. Verspätet. Alles gut. Ich habe keinen. Ich muss farmen. Jupp. Ich habe keinen Mana, gar nichts. Fang kommt. Ich ruck hier auch mal rüber. Zeug in die Mitte. In die Mitte. In die Mitte. Boah, ne, ich warte nicht los. Na, ich hätte dazu safe. Okay, Duo ist wieder da. Ja. Ich komme zum Zarus. Dann kann ich gleich einsperren. Ich habe nichts, ne? Okay, er ultet. Ah, er ultet weg. Perfekt. Gut. Da ist ein bisschen entspannt. Ja, perfekt. Ich lasse hier auch noch ein Wort da. Danke. Oh, dann gehe ich wieder. Jetzt habe ich Combustion wenigstens. Schade. Nein, im WMF. Ich habe es halt auf der Ultra gelitten, weil ich werde da nicht übel schwert, Level 6. Äh, hier kommt der Ding. Bei euch, bei der Duo. Ja. Hast du Ult mit Bracer und dann können wir den einfach steigen. Der kommt von hinten, der kommt von hinten, der kommt hinten und tanken. Wenn du ihn untankst, dann können wir den einfach steigen. Der ist auf jeden Fall hier im Jungle. Der macht da wahrscheinlich jetzt die Cans. Power. Okay, nice. Okay, nice. Hm. How we failed. So du Ult ist? Ja, ich habe verkackt. Er ist gut, my bad. Nee, jetzt hättest du nicht mehr reingemusst jetzt. Ich habe schon verhunzt. Ich habe meinen einen Dash nicht getroffen. Alter, die mit ihrer Kacke da. Hey, Junge, das habe ich aber richtig gut ausgespielt. Sick. Der hört mich ja gar nicht, ne? Nee. Hattet mich ja gut drehen. Du darfst immer noch hier. Ist der im Ra... Oh, da hinten. Der ist ja nicht so Gideon. Ich laufe, ich komme. Ja, Gideon ist zur Zeit nicht so okay. Der ist gut, bleibt woken. Sollen wir Raptor machen? Ah, nee, ich schicke noch Shinbi. Ja, ich komme zum Raptor. Nee, nee, ich komme. Ich komme. Wir können gleich einen Minion freuen uns. Okay, jetzt kriege ich alle sechs. Boing. Ich bin jetzt noch nichts für euch. Ich nutze noch mal den Passiv, dann können wir hier raus... äh, meine Dash nicht da raus. Jo, perfekt. Ich habe leider noch den kleinen Slice. Alles gut. Oder auch doch nicht. Okay. Oder kannst du rüber? Jump? Nee. Nee. Aber man, die alte Opa wäre so schön geil. Dann wäre das schön rübergegangen. Du, das ist mäßig. Ich glaube, die machen Gold. Ich bin's bei der Hand. Ich wollte gerade sagen, sollen wir da mal reinrennen? Aber die haben die ja inzwischen. Äh, die Moni hat jetzt auch wieder Blink. Also du, der hat wieder beide Blink. Ich habe aber auch Blink, dementsprechend, wenn die sich jetzt gleich nochmal im Blut noch zeigen. Ich hole sie gleich raus. Ich blinke einfach gleich jetzt da rein und du holst es. Und wir werden wahrscheinlich beide noch rausbringen. Dann sammeln wir die kurz ein. Easy, easy. Ich geh mal, ich resette mal. Mach du mal Last Hits. Alles Läuchen. Dann nehme ich die Wave hier an. Wie gesagt, ich würde auch gerne mal Mitte gangen. Aber gefühlt bist du immer am reinpushen. Das ist schwierig, so ein Hauwitzer. Ja, ja. Sammeln. Er kann aber einfach weg holen, nur durch wegbouncen. Also schau bitte, schau. Ich kann ihn halt nicht chasen, wirklich. Aber nice. Einfach der Bessere mit Laner. Ich komme zu dir. Überlebe, überlebe, Theo. Nee, das habe ich nicht. Das war schön mit dir. Ja, ist nicht schlimm. Ich habe einen Kill. Und ich habe meinen Kollegen gekillt. Oh, hier, hier ist Dings. Ja. Wollen passen. Warum will die ganken? Achso, nee, das ist ja Support. Ich sage gerade, warum will die ganken, wenn hier niemand auf der Lane ist. Ich komme mal, der blinkt von beiden. Oder zumindest von Würde. Hast du jetzt auch geblinkt dafür? Ja, ja. Okay. Aber mein Blink ist nicht so viel wert wie deren. So, dann kommen wir doch mal in den Red Buff Jungle. Und wenn nicht, dann komme ich in die Duo. Also, sie sind reinpushen. Oh, da war es der. Ist der, oh, toll. Was der Fähne hier so zu bieten hat. Er hat jetzt genau hier gewardet. Aber wir hatten nur eine Trap gelegt. Nee, es war ein Ward. Nee, es war ein Ward. Ich komme bitte. Okay, er geht rüber. Oh, ist eigentlich nicht ab, ne? Ach, scheiße. Er steht hinterm Tower. Und drauf. Wow, what? Oh, wow. Crazy. Das war crazy. Keine Ult. Oh, nice. Schön. Let's go. Wasch ein Team. Boah, die haben ich gerade echt, ich habe einen Rechtsklick von der, nee, eine Q, Rechtsklick und gleichzeitig die Mörder-Ulti abbekommen. Das war krass. Er ist halt, leider, ich habe ihn geultet und dann ist er, bevor ich ihn killen konnte, hinter den Tower gelaufen. Noch ein bisschen kacke. Ehe, der Tower in der Rune in Ult? Eigentlich nicht, ne? Als Schussblocker? Was ist denn dann als wegzählen? Was ist denn dann als wegzählen? Was ist denn dann als durchschießen? Sicher. Er ist auf jeden Fall hinter den Tower gelaufen. Der Tower schießt er nicht mehr, aber... Er schießt die, glaube ich. Ich glaube, die zählen noch gar nicht mehr als da. Echt? Aber ich habe ihn gesehen. Ich bin da eigentlich ziemlich sicher, dass das, glaube ich, so ist. Ich probiere es gleich. Von meinen Erinnerungen aus her. Der Tower quasi als gar nicht mehr da zählen. Oh, okay. Na ja. Der Goldbach vielleicht? Ist denn, naja, ich glaube, es ist nicht mehr da oder? Der Start. Der Start, der Start. Ich bin nerven. Na cool, ich bin mal wieder an. Ich zähle in das View. Oh. Fäng, 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 fäng. Und race, don't let any fall. Ja, aber ich bin tot. Ich bin jetzt auch tot. Ich bin jetzt auch tot. Ja, wir sind beide tot. Unlucky timing. Oh, fies. Jo. Unlucky timing. Okay, deal. Du wirst aber verfolgt von einem Hauwitzer. Also musst du ihn entweder beeilen oder? Ja, ne. Ernsthaft? Oder passt der vielleicht in zwei Minimaves? Also der Fang mag uns auf der Duo-Lane, würde ich sagen. Ja, ja. Oh, jetzt ist er wieder in der Mitte, glaube ich. Ich komme zu den Cheat, du kannst... Kein Blink vom Mörder. Der Tower ist blau. Ich glaube, du kriegst zu viel Damage. Ich bin nur noch Daten. Du willst die Mett von ihm? Okay. Fang, komm, Fang, komm. Fang habe ich auch richtig, oder? Fang ist schon auf hier. Der ist nicht cool. Ja, ja. Wirst du einfach rauslaufen. Naja, der Murdoch macht mich. Oder? Naja, der hat keine Wüte. Warum? Weil es glaubt ihr meinen Blue-Bach, wie frech. Nein, dieser wird die Seite zu low. Ah, ne, er hat die Pflanze rausgenommen. Ach, der macht auch so. Ah, Schweinepriester. Ich will den Raptor holen. Ja, die sind dran. Ja, die sind dran. Ja, die sind dran. Ich komme, ich komme, ich komme. Sollen wir fighten? Ja, ja, ja. Rein, 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 rein. Ja, also mit einer GG-Ult würde ich es auf jeden Fall fighten. So. Ich gehe, ich gehe rein. Ich muss nur irgendjemanden haben, der für mich mal den Akro zieht. Den ist dabei. Der hat auch kein Ding mehr dabei. Haben wir da noch was für den? Ja, ja, gleich. Oh, der schubst mich. Drei, zwei, zwei, eins. Low. Nein. Ja, kommt dran. Der ist ein bisschen gemoven, speedet. Nix. Nö. Er ist geslowed. Low. Hab ihn gestunnt. Hab ihn. Haben wir. Nee. Oh. Mori, was? Auf was? Wenn die Ulti hat, bin ich tot. Yep. Ab, büüüüß. Unglücklich. richtung aber wenn wir nicht in den pilz läuft von so einem team und weiß nichts machen dann ist gestorben wenn man nichts die mit plasmablaid die namen fang ist mitte und hat ein wort geklärt da ist mein imperator endlich mal fang ist am vorkämpfer blink dieser silence wie er sie gecarried hat holy shit einfach mazaros da mit dem silence item schade sonst wäre ich raus ich muss raus dahinter euch das mal du offländisch mitgebringst ihr habt gemerkt naja ulti ulti doppel ulti jetzt wollten es aber auch unbedingt wissen naja maybe machen wir gleich einen mini op aber können wir nicht contesten der zaros bietet ja der hat richtig fang ist aber kein thema solange wir die anderen junge der klaut die ganze zeit mein fünfer kämpft dieses stück ja meinst du klauen alles ich spiel gleich die molekisch auch noch hier sind hier zu dritt in der mitte aber ich komme hat die ultimate komplett von hauwitzer getankt wieder auf 1 ap und muss weg ja ich hole links ok drei leute haben wir erwischt ist doch schon mal nicht schlecht die wave ist ein bisschen weit bei mir ja schade da ist ein feng shui feng shui oh unser greystone stirbt feng mao da kommt schon der kooper ja ne danke ne einfach zurück irgendwie möchte ich jetzt nicht so touren tun oder so ja morigash geht über den red jungle ja morigash geht über den red jungle morigash geht auch von hier gehen oh der hat ein ward geklärt ja daraus geht schon wieder um meine camps machen der kleine du du tscher oh feng ist weg nachdem kommt feng kommt ja hat der heute hier schon wieder in ward servus ist schon zu spät für viewer games ne also 1 machen wir danach auf jeden fall noch 1 oder 2 ok jetzt halt die falten feng ist schnell ne ist der rotiert in die mitte Okay, der zweiten noch. Ach so. Und blinkt noch. Ach, ernsthaft, Junge, wie okay ist diese Ultimate? Ich hatte noch so viel Leben. Betrug. Oh, okay. Ich bin dumm. Ich hab die Ultimate-Kommett verhallt. Oh, das gibt's doch gar nicht. Alter. Hat der ein Level-Up bekommen zwischendrin? Und das Leben bekommen? Kann sein. Der hat schon mit irgendwas geheilt. Essive-Fyre? Nee. War das gut? Ich hab wirklich Level-Up. Ich geh jetzt direkt an den Raptor, wahrscheinlich. Ja, der kann halt einfach länger ballern als ich. Mit der Pump-Gandar noch. Hab ja nur vier Schüsse. Ja, geht. Die Duo-Lane ist backgeportet. Aber ich kann den auch easy solo, also. Ja, aber wegen der Zeit, weil Samus kommt. Samus kommt. Okay. Noch sechs, noch Ultime. Dann wird sie ein, nur Volt. Guck, dass Chimbi nicht stirbt. Und, äh, Mitte kommt. Wie viel Leben hat der noch? Okay, nice. Ich hab leider kein Blink. Kannst du raus mit dem Ding? Nee. Sobald ich da draufgehe, war klar, dass der Mördück mich aufknallt. Aber, der Wille war da. Ja, ja. I try it my best. Oh, ich hab keinen Mana. Und ich könnte mal Koopa ins Deck sammeln, ist das absolut. Schade. Ist keiner irgendwie, der da... Ich hab zu wenig Mana, ich kann... Ja, nein. Ich kann da nichts. Dann machen. Ich denke... Leider noch keine Dash abgehabt. Das Gold-Buff ab. Aber, da kommt noch ne Wave. Fang ist halt wieder hier drüben. Wir müssen den Tower von denen mal kriegen. Wir können halt nicht, weil die halt permanent, wenn wir da vorne sind, sind halt irgendjemand hier in die Nähe kommt. Also Fang. Ja, Fang ist wieder da. Ein bisschen. Den Jungen. Aber wir haben den Ding, wir hatten ja nicht bekommen, den... ...Zarus. Weil der bisher gut Shutdown gegeben haben. Ja, ich kann wieder nicht hingehen. Äh. 20 hab ich Ulti. Viel zu wenig Farben. Diese Runde viel zu viel Tode. Alter. Ich glaube, die haben nicht gesehen, wie die Minions, oder? Ja, hinter mir. Pass auf, wenn ich heute vielleicht habe. Der ist nur hier. Ich komme auch. Also ihr könnt gerne da... Oh, shit. Ja, der hat sich Dash. Irgendwelche Roots. Ach, schade. Irgendwas gewohnt. Oh. Das wollen wir, wir sind hier unten. Nein, der Dings ist auf mir. Er wird geultet. Er wird ge... Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, schade. Der Mörder hat geblinkt. Schade. Hab glaubst du Gott, dass wir das schon mal retten? Ja. Der Zarus ist... Ach, du Ulti? Nice, let's go. Ah, 9-2. Ich gucke die Zarus. Elin. Der ist ja nochmal. Ja, unser... Unser Offlay hat Probleme jetzt. Ja. Ja, der wird schon... Na, shit. Grace, du bist ja doch nicht mehr... Wenn du bewustest, fällt halt nicht mehr so... Geil hilfreich. Aber wird schon noch. Kriegen wir schon noch hin, hoffentlich. Sag mal, darf ich vielleicht eine etwas komplizierte Frage stellen? Ja, hau raus. Wo soll ich die ID posten hier im Stream? Das ist cool, dann würde ich... Your Game, dann würde ich eins von mir schicken. Hä? Was willst du schicken? Wahrscheinlich, dass du einen Gamer anschaust von ihm. Ah, okay, wir müssen abbrechen. Der hat doch in Stream geguckt, der kleine Schummelwude. Hehehehe. Er hat doch im Stream gelauscht, dieses kleine Stück. Als ob der da random einfach mal hin muss. Werden wir wahrscheinlich jetzt auch aufmachen. Ja, versuchen wir mal, gerade nicht zu sterben da hinten. Ja, was ist denn? Geht alle raus, alle raus. Gebt den Orden. Ich weiß nicht, warum er nicht in meine Richtung kommt, ey. Ja. Ich denke, die wären nur auf. Ja, ja, hundertprozentig. Also wäre dumm, wenn sie nicht machen. Ja. Das ist 100%ig. Aber wir haben Gideon. Da sind eigentlich eins gegen fünf da drin, alle töten. Ich weiß nicht, aber... Ja. Musst du nur erdrücken eigentlich, dann hast du gewonnen. Ja, da ist er. Lass uns weggehen, einfach weggehen. Hm. Da ist ja nichts missen. Ich bin gleich, ich bin schon back. Ja, jo. Wollen wir wahrscheinlich danach auch den Fanklufter gleich aufmachen. Ich bin beim Primal. Ja, jetzt kann ich den Primal-Solo auch vergessen, wenn sie aufhaben. Hm. Oh, wenn sie streamschauen. Ich meine, ob ich die Replay-ID im Chat posten soll oder bei dir im Discord. Welche Replay-ID? Was... Also du hast... Du hast eben nach Viewer-Games gefragt und jetzt... Du meinst... Du meinst, ob ich deinen Replay angucken soll. Vorsicht, sie sind da alle. Ja. Wir müssen jetzt... Grayson muss auch kommen. Ja, wir brauchen eigentlich nur den Gideon und dann, wenn die den Starten... Ja, ja, mit mir zusammen, mit mir zusammen. Ja, die haben auf jeden Fall hier gewordet. Ja, gerade wo? Genau, ja. Oh, da kommt der Sarus. Grayson muss jetzt so vorstehen und jetzt zumindest ein bisschen slowen. Die anderen sind ein bisschen weiter hinten, aber Vorsicht. Ja, ey. Der ist schon Level 17, der ist so fett. Schade. Wenn der Bang irgendwie tot wäre, hätten wir vielleicht... Alter, der hält ja gar nichts aus. Oder irgendwas noch? Let's go! Nein, das ist eine Mine. Ey, das ist die Promi-Node. Oh, schade. Fade, wenn ihr die chase, ich versuch dann Orb. Ja, mach mal. Geh mal klein. Ja, 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 mach mal. Wir machen hier so ein bisschen... Also eigentlich bin ich der Meinung, dass ich den Willen... Wir laufen noch weg. Wir schauen mal. Bei Koopa tot ist, können wir machen. Ich komm. Ja. Grayson ist ja auch noch da. Hat sie dründen fürs Smile? Weil der wird gemolken, ja. Einer muss rechts treffen, muss schnell. Rumpelt der aus. Ja, ich bin unterwegs. Back to the face. Back to the face. Das macht 150 Gold. Nein, sie haben nichts aus ihm aufgekriegt. Let's go. Gut. Ekinox. 6% Bonus Critical Strikes. So, alle links oder was? Daraus ist gerade hier. Brauche ich Anti-Heal? Wahrscheinlich. Oder Nuclear Rounds? Was baut man denn noch so? Oder Draconum? Increased Healing. Aber Physical Armor. Im Weg, Elien. Jawohl. 6 up to 10 times. Na gut, der Update von Elien kann nichts machen. Was ist denn noch ein geiles Item? Chip, ich bin auf dem Weg. Jo, alle Ults. Drei Ults fliegen hier. Okay. Wir entspannen uns mal wieder, Leute. Ich baue das hier. Charus, Murdoch und Mugelgesch haben geholtet. Jupp. Wir haben ja Bock. Ich bin auf dem Weg. Die haben ja Bock. Hör mal. Ich war die Seite. Schade. Ich wüsste dafür, dass wir alle noch links pushen, aber der Buff ist gleich aus, oder? Ja, das war's. Da kriegen wir nichts mehr. Freunde, zum Zeitkaufen. Anstrengende Runde. Vielleicht Full-Bild. Die müssen eigentlich nur Zarus ausfüllen, danach ist es free. Das ist echt schwer. Ich muss es nicht sagen sollen, weil der hört das ja. Ach so, jetzt. Stimmt, ja. Der alte Lauscher. Ja, lass mal back, weil wir haben hier nicht so viel Backup. Oh, lass den Howitzer, den Howitzer. Uh, der war doch. Stammt der nicht gerade neben dir? Oh, ja, ja, der kommt nicht mehr. Varus ist dann Miss rechts, ne? Der wird wahrscheinlich auch, wenn der schon noch in die Richtung läuft. Wir müssen mal einen picken und dann einen Tower holen. Ich geh nochmal base zu Neuward. Hier ist Mori Gäsch. Mori, ja, ich bin jetzt hier. Ah, ne, der ist gleich weg. Die kommen alle zu euch, ne? Die kommen alle, ne, die kommen alle. Gebrocht. Einmal laufen. Geht ihr ein Comment entgegen? Nein, wir müssen dann los pushen. Wenn die alle da sind, pushen. Ich bin noch im Cage. Schade. Ich bin geflasht und war immer noch im Cage. Ja, ich bin auch tot. Raus, dann alle raus. Boah, der ist geflasht, hat mich gecaged. War natürlich gut von ihm. Ich hätte wen anders ulten sollen, aber es war niemand da. Ja, ich hätte vielleicht einfach direkt danach rausblinken müssen. Ja. Wahrscheinlich, aber naja. Wir kriegen Tower rechts. Die kriegen nicht wirklich was, maybe, dafür. Die haben Prime. Also die können Prime machen gleich. Ja, schon Bock, den mal zu fighten, aber dann, wenn ich sterbe, dann haben sie halt Orb. Ja. Das ist schon ein Haarwitzer. Mhm. Noch 30 Sekunden tot. Den kannst du von mir aus. Ne, wenn ich stehen falte, dann komm ich schon mit einem kleinen Zahn aus dazu. Ja, aber das habe ich jetzt unter Viewer Game wahrscheinlich. Okay. Poste deine ID in den Discord. Steht schon mal bereit dran am Ding. Muss man Discord joinen für Viewer Games? Muss man nicht, aber sollte man. Da Worts hin, aber wahrscheinlich. Ja, das geht. Sie sind alle da, die stehen alle da. Ich kann da gerade nicht reinrennen. Ja, ja. Sind die am Prime? Wahrscheinlich. Ja. Stehen wir alle hin. Machst du ein bisschen Zeit kaufen, dann kann ich... Okay. Nein, nein, nein. Dann kann ich gleich sein. Ich hatte die ganze Zeit dran. So seitdem, die war zu 5. Ich hatte halt angefangen. Nicht jetzt stehen, sondern einfach risken. Ja. Biscuit for the biscuit. Da sind Leute hier. Oh. Oh, je, oh. Cooper, ne? Ja. Ja, da habe ich... Das ist ja jetzt natürlich ein bisschen unvorteilhaft. Das war nicht mein Glanzmoment. Das gehe ich zu, ja. Ja, die fehlen. Ja, die gehen jetzt nicht vor, Freunde. Das war nicht mein Glanzmoment. Ja, die sind am Primal jetzt hier. Könnt ihr kommen, bitte? Oh. Ja, weil da kein Jungle haben. Dann kannst du Twine. Ich kann ja deren... Deren Jungle raus. Ja, Cooper kommt. Ich habe es keine Ult, aber... Oh, Vorsicht. Oh, Gideon. Hallo, schauen dir zu. Nein, ich versuche, Leute. Alter, ey. Ich bin tot. Die müssen jetzt canceln, oder? Ja, ich schaue mal. Die werden 100% weitermachen. Warte, 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 warte. Die machen noch. Die machen weiter, die machen weiter. Lauf lieber von der Seite rein, Gideon, oder? 1-3. Und... Äh, kein... Jawoll, Rombo, komm, go. Schön, schön, schön. Boom, 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 alles gut. Schnapp ihn dir, schnapp ihn dir, den Sarus. Jawoll. Let's go. Komm, wir reinmachen, der Spitz hat auch, der Spitz hat, wir mal, let's go. Bloll, wie bewegt er sich denn? Ich bewegt mal ein Spannflascher hier, gass? Ich bin Vollbild schon. Platzgewerkt, ja? Schön. Okay, push links. Links, ja. Ja, das Murdoch. Einer, einer Mitte, Greystone Mitte. Greystone Mitte, ihr geht links. Weißer oder weißer? Weißer. Oh, geh raus, geh raus. Warum machst du nichts? Nein, wanted. Ich hatte alles noch cool noch. Ich bin link, warten wir noch zwei Sekunden. Okay. Aber ich wollte nur, dass du noch da bist, damit wir dich auch noch töten können. Diese Wölfe manchmal, wenn wir jetzt nichts laufen, einfach machen, haben wir keinen Damage. Einfach bei den Treppen halt. Kann leider nicht helfen, weil wenn der mich andächt, bin ich tot. Nope. Äh, ich bin nicht arranged. Greystone muss zurück. Bin nicht töst. Aber wir kriegen rechts in der Wände, wenn du noch ein bisschen Druck machst, vielleicht. Ah, okay, jetzt bin ich schon. Too late. Too late, ja. Ich freue mich jetzt auch mal, Mann. Nächstes item. Gott, ich bin so weiter, ich bin echt dumm. Dum, dum, dum. Ja, ich geh mir mal nen Pot kaufen. Du kannst dir auch gern die Redbugs jetzt gönnen, ne? Und Gideon kann sich gern die Bluebugs gönnen, wenn die abstehen. Ich bin, ich brauch nix. Bin voll wild und hab Trank. Und bin wachs Level. Du willst keine Redbugs? Okay. Nee, dann gib lieber dem Greystone, dass er noch farmen kann. Oder Aurora. Also nehm ich ihn lieber, wenn der nicht ist. Passt das schon. Guck mal, der Greystone, äh, der Zaro ist auch schon total mutig hier. Ja, ich bin auch mutig. Ja, ja, 100 pro, 100 pro. Ich bin auch mutig. Ich will auch mutig sein. Ja, wir sind alle mutig. Ja, sind schon raus. Schlampe. Schwer. So schön gewesen. Oh, hier, hier, hier. Ah, okay, okay. Scheiße, der ist da oben. Dacht, der wäre da um die Ecke. Shorty. Riverbugs. Na, ich geh an der Seite. Vielleicht nur ein bisschen Poki Poki machen mit Gideon bitte. Ich hab noch Ulti, also den Mordor könnte ich rausnehmen. Weil mit Chimmy und Gideon werden wir da ein, zwei Spells treffen. Ne, die droppen so low. Ich schau, dass hier ein Aussperr. Ah, schau, dass das nicht klappt. Vielleicht für den... Ja, Sarus. Ich tank die Tower. Schäte. Bis zum normalen Blick. Sarus kommt. Ja. Ja, ich brauch Hilfe. Ja, der rennt da rein. Er hat geblinkt. Ist hier bei mir? Jupp. Ich hol's ihn. Ah, ja, okay. Ich bin in der Luft gekillt worden. Er kommt aber nicht raus. Er ist nicht frei. Raystone muss aber pushen. Oh, schön. Schön ult. Oh, hauzeit. Ah, gut, ja. Raystone rechts pushen. Raystone rechts pushen. Und er pusht bitte. Let's go, let's go. Sehr nice, sehr nice. Da hat er zu viel geopfert, um dich zu killen. Ja, die Morigesch hat mich, glaube ich, gekillt. Ja, die Morigesch hat mich gekillt, ja. Weil die hat mich geultet, während ich in der Luft geflogen bin. Der Sarus hat die Pflanze angeschossen, dann bin ich in die Luft katapultiert worden und dann kam in der Luft die Morigesch ulti. Ja, ja. Let's go. Voll Damage auf dem In-Nap. Und dann auf dem rechten In-Nap gehen. Also wir könnten gleich sogar enden, wenn wir alle da jetzt in der Luft waren. Das ist nur Fang und Murdoch in C. Ja, ihr habt keine Minions. Ja, die Minions sind wirklich das Problem halt. Ich, ich, ihr braucht nicht Backporten, ich mach das links gleich schon. Ja, ja. Wir haben neun Minions hier drin. Schade. Naja, okay. Okay, lass rausgehen. Ja, jetzt ist es zu spät, jetzt müssen wir abbrechen. Die Minions halt, oder Orphys halt schlicht, finde ich schon. Wenn wir da alle drauf waren, hätten wir es vielleicht geschafft, aber jetzt müssen wir abbrechen. Wegen wir auch keine Roti. Oh, scheiße. War doch gut. Auf unser In-Nap fällt. Willst du mir kommen? Lol, wir haben In-Nap verloren, Leute, sorry. Ich hätte gedacht, das kriege ich los. Ich bin da wieder in deiner Wand fest. Ich bin da wieder witz. Wirst du zu mir gekommen? Ich hab's versucht. Ich hätte dir sehr gerne ausgeholfen. Aber wegen Mauer hat er da keine cooldowns, wenn er sich halt auch schon cooldowns soll. Vielleicht ist mein Red Buff noch klaut, die neugierige. Ich hab so viel Gold. Äh, Prime ist ab und Primal. Jo, wir haben zwei In-Nap, also. Du können wir auf Zeit spielen. Aber die haben jetzt halt die Leute Vorteil. Können wir nicht Primal machen gerade? Ja, kommen wir gleich. Ich glaube. Ja, wir haben noch zwei Tore. Wir sind direkt, wir sind... Wir machen. Die sind nur noch nicht alle ab. Wir brüchten immer Ruhe. Die sind am Prime. Die sind am Prime. Na dann. Ja. Wir haben alle hinlaufen sehen. Ja, das... Jetzt ist... Jetzt ist zu spät. Jetzt kriegen sie... Was schankt, beides, oder? Bitte keiner sterben jetzt, irgendwo. In der Mitte, oder so. Komm mal, wir kommen jetzt alle rum. Saus war schon da. Saus ist da links. Hinter der Wand. Sind wahrscheinlich dran, oder? Die haben alle gerecoilt anscheinend. Ne, die sind noch nicht dran. Echt? Wow. Sollen wir den schnell machen? Die sind Mitte. Saus ist halt hier, ne? Saus und Kling sind hier. Alter. Da ist super, ja. Der killt mich instant. Ich hab den nicht mal gesehen. Jetzt gehen die wahrscheinlich verbrauchen. Der wartet sich nur. Der lauer. Aber er hat Ulti raus. Hast du das, dass man nicht sehen kann, wie viel... Soll ich reingehen? Ja. Ich muss halt mitkommen. 1, 2, 1, jetzt. Ja, jetzt kommt. Zu spät. Zu spät. LOL, die Pflanze. Hm. Na gut. Ich würd halt nicht fighten, wenn die... Ja, okay. Marduk ist tot. Das ist gut. Nice, nice, nice. Klopp den Koopa weg. Ah, schön. Was dann? Ne Kack-Echse. Check Ray's down. Läuft ihm hinterher. Aber dann hab ich gesagt... Bam! Warum hält denn der so viel aus? Let's go, Quay! Let's go! Okay. Ich schulde die Wave, Leute. Ja, push, versuch links zu pushen. Geht ihr nicht einfach broken? Text einfach die ganzen Mitte... Also wenn die Minions spawnen, texte die einfach auf allen Lanes, solange bis ich da bin. Hier wird's halt schwierig, weil hier... ...wenn ich... ...kann halt Waffen springen. Die sind schon... ...die sind schon was gemufft. Ich geh mal die Midlander anholen. Kann einer? Ihr habt ne halbe Minute noch. Also wenn Ray's now, jetzt nehm ich den einfach da ist, bevor der die Minions cleart, dann können wir hier entwürgen, ja. Yep. Aber er hat noch, kann gar nicht. Na, ist schon weg. Okay, nice. Ich hab nicht wieder Ultimate. Hab ne gute Minion Wave, die gerade kommt. Also pushen, ich saun' den weg, dass der nicht Wave spielen kann. Einfach durchrauben. Ja, das schafft ihr. Ich bitte akzeptiert ihr dann. Wenn er tot ist, haben wir's. Nice, good job. Die Minions kommen leider nicht... Okay, wir können gleich finishen. GG! Nice! GG, alter, krass. Dürfen geht ihr, ne? Alter, mir. Also, ich hätte... Also, ich hätte... Wenn man nichts kann, schweben, mal geht ihr, ne? Die letzten zwei Male hat Koopa mich halt komplett rausgenommen, weil er mich zweimal geholdet hat. Ich war dann ewig lange tot. Ähm... Natürlich, wenn viel warten bist, ich hatte alleine rein... Ja, ja. Und ich hätte auch nicht Skysplitter bauen sollen. Ich hab jetzt Skysplitter verkauft und hab dann noch Salvation genommen. Mhm. Skysplitter auf Revenant? Ja, ich dachte halt, wegen dem extra Damage. Du lädst halt schneller nach, jo. Und du hast noch mehr Lifestyle. Mhm. Also, ja. Das war immer ein richtig gutes Game. Also, das hat auch richtig Spaß gemacht. Ja, das war sehr... Auch fair. War nice. Das hat's auch die... In-In-Tea ergehen lassen. Koopa hat mich zu hart genommen, Junge. Alter, Shinbi, 44.000 Damage. Koopa, 60.000 Damage. Das ist so crazy. GG. Let's go. Smart. Am leicht haben die sie jetzt auch gehört. Das heißt, wenn du es bei Shackle Morse und dann weißt du, was kommt. Ja, aber das ist ja jetzt umgekehrte Psychologie. Jetzt wissen sie nicht mehr. Mache ich es jetzt wirklich, oder? Weil ich weiß, dass sie es wissen. Du bist einfach pfeifert. Du machst das öfters. Next Level Tactics, hier wird alles in die Liste gespielt, ne? Das ist wahrscheinlich öfters bei sowas, ja. Die denken, die können jetzt hier snipen im Stream, aber in Wirklichkeit... Nicht mit dir. Nicht mit mir. Vorbereitend. Kurz gekugelt. Was kann man am besten irgendwie machen? Oder Snipe-Taktiken. Ah, ja. Ja, mal schauen. Wer sind wir denn hier nur zu dritt? Wer fehlt denn hier? Bot-Lama und Freewin wieder. Freewin war doch eben der Dings... Oh, ich bin gegen Up-Tracks. Genau, so. Grey's auch. Grey, glaube ich, ja. Grey. Gar kein Bock gegen Grugs eigentlich. Ja, wir machen das. Ich schiebe den jetzt direkt mal ein und dann... Jetzt will es sich, dass sich jeder einlegt, dass man Sparboni spielt, aber dann geht ihn. Ja, aber momentan Balancing ist eine Katastrophe. Es ist das schlechteste Balancing, seitdem es Brett gibt eigentlich. Hältst du bereit, Sonic? Gleich geht's los. Angriff, Zugriff. Ja. Gleich. Warte. Ja, der hat ein Wort, der kleine Schweinefriester. Hast du die Lane schon mal entschieden? Meinst du? Jetzt musst du es reißen, oder? Aber ich bin ja hier am Red Buff, da kommt gleich deren Jugger noch raus. Ja, deswegen kommt es gleich nochmal nach dem Camp. Dann machen wir Tour und Tour und haben gewonnen. Ja, Rampage ist am... Am... Leinen. Der macht das Level 3 voll. Wahrscheinlich, ja. Nein. Aber ich habe auf jeden Fall einen Freeze. Von seiner Seite, oder? Ja. Zurechtigte Frage. Der macht mir Aua, der Grugs. Aua. Aber je weiter weg ich von seinem... ...Tower komme. Hast du den rechten Ripper Buff nehmen, oder? Leidst du? Au. Ne, passt, passt, passt. Gideon könnte nach rechts rufen. Der holt Ripper Buff. Ah, guckst du sie an. Uuuuuh. Ah, das ist ja gut, dass der Gideon nicht so viel Damage macht. Ja. Das ist ja sehr gut, auf jeden Fall. Wenn ich nicht einfach 80% meines Lebens verliere auf Level 3 von seiner Rotation, das ist stark. Lol. Ruxus Miss. Achso, warte mal, der kloppt da hinten den... ...den Greenback. Ich bin ganz so in der Zer-Jungle, hä? Also. Maybe. Ach, Mann, Minions. Schade. Achso witzig gewesen. Womit, der weiß nicht, dass man die Heldenlevel nachsehen kann, aber das ist doch nicht nur... Die paar Pünktchen... Gibt es keinen Hidden Stat? Ne, es gibt keine Hidden Stats. Du kannst die Level nachgucken. Wie viele Stats, die ein Level gibt. Nooice. Nein. Schade. Gibt es doch gar nicht. Ich werde dich linken. Wenn es nicht geht, muss man eine Cache vom Browser löschen. Aber die anderen Seiten gehen ja alle. Gadget couldn't locate your files. Also, bei mir geht die Seite nicht. Ich komme nicht auf Heroes drauf. Ah, jetzt geht's. Okay. Jetzt geht's auf einmal wieder. Der hat mich einfach mit einem Stein gekillt. Der musste mich nicht mal mehr schlagen. Einfach der Stein hat mich umgebracht. Was ist eigentlich für schlechte Texturen hier, Alter? Wie schlecht sieht das denn aus? Der ist auf einmal. Der ist auf einmal. Egal. Kennen wir nix. Kennen wir nix. Oh, ist ja der Kleine. Ja, wo ist das denn? Was ist das denn der kleine Schlawinatz? Da vorne läuft er rum. Mit seiner goldenen Ruhe. Da rechts ist schlecht. Ich muss mich jetzt zeigen. Ja, wie wir machen, ist er wahrscheinlich ein Raptor. Macht wahrscheinlich, hat er nicht. Jo. Fleisch ist raus. Da ist er wieder. Hat er zumindest ein Five-Camp gemacht, auf jeden Fall. Ja, dann nehme ich da eins. Ich denke, das Three-Camp müsste noch ab sein. Das ist ja hier Ebay. Per Play. Der ist in 5 Sekunden, gibt's ja nicht. Oh, ich nehme seinen Red-Buff. Oh, was? Ich glaube, ich bin schnell genug. Ich weiß es noch nicht. Bisschen gute Frage. Ich meine, wahrscheinlich macht er noch ein paar Sekunden. Ja, der hat ja gesehen, dass ich gewinne. Ja. Entweder macht er Raptor, oder er kommt. Das gibt auch... Oder Ganky, bitte. Oder Ganky, bitte. Ich komme, Fing. Der Faye. Savia. Die sind schon beide sechs, das ist schlecht. Oh Gott. Amus Faye, nein. Ach doch, nicht diesen. Uiuiuiui. I will only rest a moment. Gut. Let's go, Snitchi. Hier, kleinen Schweinchen. Hört auf, meinen kleinen Blumen anzugreifen. Was baut man denn gegen Grugs hier noch so? Oath Keeper? Oder Magnify? Ich brauche mal Magnify. Ich mache mal den Rira Raptor, ne? Rira Raptor. Ja, die Bluel Kicker Base. Einfach die bösen Duolainer nicht moving lassen. Dann ist alles okay. Warum fightet er dich mit zwei Level Unterschied? Weiß ich nicht. Das musst du abwärts fragen. Weil er Grugs ist. Ja, weil ich kann sagen, es ist halt ein Grugs, ne? Also... Es ist halt wie Geh-Dir, ne? Gehst einfach rein. Kannst nicht verlieren. Der Bermit steht auf jetzt schon mal ready. Boah, die ist zu late. Hippie top. Es war alles. Ist schon ein schönes Early. Jetzt mache ich den Red Buff und dann würde ich auf die Duo kommen, wenn ihr nicht pusht. Und dann gerade nochmal auf die Duo. Also die meisten Zeit haben wir gerade momentan reingepusht. Und wir waren jetzt halt... Also wir werden wahrscheinlich auch nicht pushen können, wir brauchen gerade kein Mana mehr. Jetzt müssen wir wahrscheinlich Base. Rugs. Oh, die Quags ist da. Sie haben auch noch beide Blink. Können die auch zu zweit machen, mit der Felsch-Videe. Ja. Wenn sie pushen, dann sammeln sie sie gleich rein. Bisher tun sie es mal. Ich war doch ein Gideon. Gideon ist on the way. Enemy ist kein enemy. Ich hab doch ein bisschen zu viel damage. Rampage ist mich auch noch da. Die zertiert? Ja. Okay, dann komme ich wohl nicht. Naja, ich glaube, eventuell haben sie was gehört. Ich versuche zu dir zu kommen. Ich versuche zu dir zu kommen. Nein. Ausgab. Also low. Stop defeat. Stop defeat. I tried it. Aber du konnten reach. Das ist mein Midlaner. Immer werde ich verkaufen. Das zweite Mal. Eins, zwei, drei. Fühstisch. Ich glaube sogar, dass man von Robben findet. Ich glaube, eigentlich nicht nur ein. Ein bisschen Tyrael Damage. Nein, ich habe keinen Mana mehr. Ich habe auf keinen geschadet. Oh, diese Faye. Nein. Ich bin nicht weh. Ich weiß, dass Faye so gut auch noch gegen die... Okay. Leider hat Faye kein Safe vor. Rampage keine Wuld. Ja, Rampage kommt zu mir, glaube ich. Mach mal. Mach den kleinen... Okay, Morbi. Das ist unser rechter Tower. Hinterbusch hat die Boi-Ulti. Die schütze mich ab. Dauert das lang. Ich möchte helfen, aber meine Wave-Push bleibt rein. Du, den fehlt. Nice. Dann pushe ich doch mal und hole mir den Green. An der Objective Master. Für den nächsten Raptor würde ich dann kommen. Was ist der hier? Wir sind wahrscheinlich schwächer als die Gegnerische Duel. Das höre ich aber nicht gerne. Hat der Krux hier eigentlich noch blinkt? Könnte wieder haben, ja. Ich habe ihn zweimal gekillt ohne. Da komme ich einfach noch mal. Wenn da nicht schon wieder überall alles zu Wort ist, weil der Rampage wüsste auch hier eigentlich in einem Jungle sein. Das ist die Frage. Ich würde mir eigentlich gewinnen. Das riecht sehr nach Du, Len. Geht ihr in Kronik von links, glaube ich? Dann bin ich einfach mit mal schön tollen... Genau so habe ich das irgendwie gedacht. Oh, Faye ist wieder tot. Hier ist Rampage. Blink raus von Kira. Blink down von Kira. Ich habe eigentlich noch den Weitere, den Turm gepusht, ne? Ich habe da noch mein... Achso, ja. Ich wollte die Mitte treffen, weil Faye tot ist. Ah ja. Schade. Leider dead, aber ich habe es nicht gewissert. Also juckt, wie du, den ich auf jeden Fall viel gesteckt habe. Das war schön mit euch. Rampage, kein Ult. Rampage, keine Ult. Rampage. Alles. Alles raus. Alles raus. Na, jetzt muss ich mal schneller wieder spawnen, damit wir gleich Raptor trotzdem machen können. Oathkeeper bauen? Ja. Leben und alles, was man braucht. Egal. It is what it is, ne? It is what it is. What it is what it is. Ich habe jetzt die großen Wards. Könnt ihr den Raptor waden, bitte? On my way. Ich war noch ein Raptor vorher, wenn ich darf. Safe. Außer, die sind hier natürlich so aggressiv, dann wünsche ich die auch einladen. Die ganze Zeit vor uns im Tower. Die ganze Zeit vor uns im Tower. Die ganze Zeit vor uns im Tower. Komm, der ist am Raptor. Sich da rein, sich da rein, sich da rein. Der kein Blink, der kein Blink. Oh, da kommt eine Ult. Ich bin auf dem Weg. Faye kommt auch. Da kommt der Gideon. Ja. Ich blink raus. Ich muss auch blinken. Wer bei der Blink, let's go. Ich komme rein. Ja. Ich bin zugegnügen, Leute. Ja, ab. Hat man nicht mehr will, nochmal. Let's go. Ab geht's über die. Auf zum Raptor. Rax ist immer noch längst. Rabidabo. Mach auch Rabidabo. Rabidabo. Aber Dings lebt noch, ne? Ja, ja, ja. Lass mich denken. Nüch. Nüch, Kammerer. Der kann es denken. Naja, doch. Keine Läger. Okay, nice. Bin doch. Rapp, 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 kümmer weg mit den Tower. Weil der Gideon-Spot ist auch spät. Ja, ich muss mal nach links. Vielleicht kann ich meinen Tower noch retten. Ah, ne. Vampi. Deft. Oder doch nicht. Egal. Ah, ich dachte, er macht meinen Green. Aber hat er nicht gemacht. Hm. Limpage links. Die Mädel. Hat sie wahrscheinlich jetzt den Ding geholt, der hat mit dem Mana. Jo. Ich mach gleich wieder Orp. Ein Mana, ein Orb. Gut, dann eine andere Frage. Oder wahrscheinlich bis zur 16.30. Wahrscheinlich keine Ulti. Was hältst du von Orb of Rose? Kommt auf den Helden drauf an. Auf Quang kann das ganz cool sein. Ich bin schon wieder am Kopfschick. Zitterlieb. Oh, der Blink. Rux is miss. Oh, ich glaub, ich sollte hier nicht hingehen. Rampage war Mitte. Ja, ich hab gesehen, der kommt nach links. Dann resettere ich mal. Aber rechts ist hier gepusht und die kommen wahrscheinlich auch in Mitte oder pushen weiter. Wahrscheinlich, ja. Ja, geht in demitsch. Ich find's, Quang hat so'n richtig englischen Akzent. Ich find's cooler, wenn er so'n asiatischen Akzent hätte. Tja. Oh, Arigato. Können wir in Mitte was starten? So, dann machen wir doch mal. Hm, ja. Ja, das Ding ist halt schon. Dann so ran. Ich geh' ja kein Dash. Hey, die kriegt keinen Schaden. Geh' dir da schlipp' ich rein sogar. Hast du? Einmal einwand mit? Hab' ich. Oh, oh, da musst du raus. Hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn. Ich hab' meine Face. Alles entspannt. Oh, wer ist das denn? Oh, wieso hast du mich so? Weil ich töten kann. Nein! Hilfe! Eine Sekunde, ja? Du bist ein Quang. Aua. Aha. Ich hab's nicht. Oh, Rux ist jetzt los und pusht. Ja, wir pushten aber auch auf rechts. Haben die Tauben kommen. Scheiße. Kann nicht mehr. Ich muss resetten. Oh, es geht'n da ab. Ich komme. Oh, ja. War kack'n Kreis. Oh, schade. Ohne Wards, ohne den Gegner zu sehen, geht der einfach in den Gegner-Jungle. Was für ein Psychopath noch mal sagt. Nein, du gehst nicht da lang. Oh, du Hult. Okay, ich schau ab. Er hat keine Vision auf niemanden und keine Wards da und der geht da einfach rein. Wird's zu mir kommen müssen, ich wollt' dir entgegenkommen, ich hätt' dir knock-up'n können und so. Ich hab' kein mehr was, aber Haul-In. Ja, der hat halt Stunt, sobald ich mich umdrehe, hab' ich Stein im Gesicht, Rücken. Stein im Brett. Und nachdem versuche ich mich noch gegen zu heilen. Aber du kannst dir von deinem Stein noch glänzen, oder? Ja, aber ich hatte ja nur zwei HP, so wenn der mich trifft, geht gut. Achso, ja, okay. Ich baue immer Orb als erstes oder zweites, wenn ich Mitte spiele, egal wen, haue jetzt Amori-Gashney, das ist ja Quatsch. Nein, du bist doch auch wieder am snipen, der Junge. Kann doch nicht da einfach reinlaufen. Mini Prime ist ab. Ah, die Dueler rotiert gerade auch in Richtung Mitte. Die rotiert wahrscheinlich dahin. Bin nicht in der Nähe. Mini Prime macht niemand. Die Dueler ist hier an Bord anscheinend. Ja, wir haben da ein Bord gemacht. Nee, wir haben einfach kein Bord geschickt, der hat einfach nur hier reingekommen. Da unten, da unten, da unten, da unten, da unten, da unten. Anfängst du, nee. Ich mach kurz den Bord weg, dann komm ich in die Mitte. Wo ist Rampage, wisst ihr das? Rampage war gerade hier, die Jungle-Seite. Die Dueling ist einfach ein Eis. Das ist einfach schön zur Zeit. Das ist super geil. Ich mach noch den Orb, wenn ich schaffe. Heiznützig. Wir sterben bitte, Leute. Ich komm in die Mitte. Wir retten lieber die anderen. Alles gut. Oder ist Rampage. Muss ich abbrechen oder kann ich durchziehen? Ich glaub, du kannst... Oh. Ich brauch Hilfe. Ja. Okay, jetzt werd ich auch Hilfe brauchen. Ich hab dich. Sehr nice. Jo, sie kriegt halt alles. Oh, ja. Kann ich auch noch ein bisschen Unterstützung bekommen? Okay, ich bin tot. Oh, schade. Okay, wir leben da noch. Nice. Schön, dass er bleibt. Oh, da, der, 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 die Fight nach dem Orb. Nein, schade. Jeder ist irgendwo hier. Wo ist mein Team? Hättest du wahrscheinlich abbrechen sollen und helfen. Ja, jeder ist hier irgendwo. Ich kann nicht mehr rauslaufen, wenn die da vorne stehen am Eingang. Da gibt's nur noch... Rein oder rein. Ja, gut. Wongi muss sein, bis wir nach rechts gehen. Haben die jetzt den Prime oder ist der jetzt gespawnt? Nein, nein, wir haben den... Also, ich hab ihn noch gekriegt, aber bin halt gestorben. Ja. Okay. Egal, Steam Gold hab ich. Ja. Let's go. Alles für ein Team. Und die können es sich für sich nicht machen. Und ich geh jetzt mal der Fang-To-Word. Ich bau jetzt mal Anti hier gegen Grux und Rampage. Und wahrscheinlich gegen Grux und Rampage. Also, es wird der Dark ist. Ich glaub, die sind dran. Doch, die sind dran. Ja, zu spät. Na gut, ein Objective-Töne wird auch dann. Ja, ja. Wo ist Rampage? Gute Frage. Nirgendwo Druck, also wird er garantiert bei dir sein. Ich bin so eine Schlafmütze, was ist das für eine Reaktionszeit von mir. Ja, ist ja peinlich. Oh, maybe. Maybe. Wir gehen keinen Teleport. Also, ich sag, ein E. Oh, ja, ja, ja. Das ist ein sehr guter Call. Sehr nice. Let's go. Und noch die Tower. Rampage is some red. Duo kommt. Ja. Ich hab Crystal, also ich geb dir ein bisschen Damage-Buff. Schön Crystal dabei, Alter. Wow. Wenn du zu mir läufst, kannst du dich vielleicht noch retten. Ja. Ja, wir sind auf dem Weg, Faye und ich. Ich komme. Ein kleiner Schwer-Sport. Alles gut. Ich lock sie in die Falle. Da ist er doch. Get him. Ich noch nicht. Jetzt sieht er mich. Dann ist das meins. Warum geht es auf mich? Wow. Leg, leg, leg. Die Pflanze. Oh, sorry. Ich hab ganz wenig Mana. Okay, dann. Komm weg. Kommt der raus. Dann leg ich dich für seine Macht. Go. Ich bin schon beobachtet. Die kommen alle. Ich hab echt wenig Mana. Ja, ja. Wir falten das auch definitiv nicht. Ich bin nur der Mensch in die Ruhe. Ich resette und guck, dass sie kein Crime machen. Aua, jetzt geht den. Der haut mich. Der macht ja gar keinen Schaden. Hier vielleicht. So. Ich glaube, ich war nur Unbroken Will ein bisschen, oder? Hey. Oh, gut, so viel CC haben die jetzt nicht. Äh? Rugs? Rampage? 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 Minions, ich hatte sie. Können sie aber auch eh. Immer weglaufen. Rucks miss? Das ist der Quackspool. Mhm. We must go. We must go. Ja, was machen wir? Äh, wenn zu... Wir können Tier 2 holen, wenn du willst, dann gehe ich da nachher Space. Ja, dann komm. Dann war ich grad am Laufen. Die wissen, dass wir hier sind. Okay. Ich denke, dann wo wir Ultimates. Kiwa fehlt auch. Oh, ne, Mann. Wo ist Rampage schon wieder? Beim Rampage, dann können wir den da, wenn er nicht hier ist. Wuh, die sind alle hier, die sind alle hier, die sind alle hier. Ah, die wollen den Rampage holen. Okay, geht schon. Dann können wir für den Inuit gehen. Und dann, wenn der Not da tankt, auch nicht alle gegen Dienz mal hier. Aber das ist ein Risiko, oder? Gegen Dienz? Ach so, die sind halt irgendwie gekommen. Ich glaube, ansonsten ist hier nichts. Ich baue jetzt lieber doch Flux-Matrix. Wir kommen in die Mitte. Rampage ist drin. Ich versuche auf Kiwa zu gehen. Komm auf. Wir haben auch schon über die Pflanze ab, oder? Mir ist Rampage. Ja. Die Gäden ist bei mir und guckst du auch. Ich komm zu dir. Kiwa ist hier bei mir. Ich kaufe eine Zeit für euch. Ihr könnt gerne Kira erst chasen, wenn ihr wollt. Wo seid ihr alle? Ich dachte irgendwie, irgendwer ist irgendwo. Hier sind drei Leute bei mir. Kiwa und Rampage und Gideon. Jupp. Ich glaube, das ist schon low. Gut. Oh, hier ist ein Rampage. Ich habe schon 30 Steaks. Du machst mir gar nichts mehr. Komm auch. Warte, ich hole mir noch was. Ich kann dir gar nichts. Wir kattet ja mal was. Können wir den Raptor machen? Oh, shit. Muriel down. Wir hatten mit dem Drongo zwei Lungs zusammen. Schade. Muriel aber hold down. Hat er jetzt ein Triple Kill geholt? Jo. Loy. Machen wir jetzt auch Ding. Oh. Ich habe voll wenig Leben. Die gehen weg. Der Rampage. Alles klar. Ding macht doch weiter. Kiwa alleine. Der Chichirer wollte wohl unbedingt. Können wir jetzt Prime? Achso, wir sind alle tot. Wir sind alle tot. Ja, aber eigentlich ja. Na gut, die Kiwa ist aber tot. Also ich würde sagen, wir gehen sogar für off, weil die werden denken, wir gehen eher für raffter, weil es der dritte ist. Ja, man. Ich komme. Lass. Lass knacken. Gute Sohan sagen würde. Ja, noch die Joghams haben. Ich glaube es haben wir noch nicht. Ich mache einen Denker. Oh, Rapp, Dings kommt. Ja, fällen so, fällen so. Lass zum Dings gehen. Ich muss aber links kurz anpushen. Ja, ja. Rappi. Rappi ist hier, also ihr seid vier gegen vier, wenn dann. Ja, ne, die sind schon da, bitte. Ich muss ja gerade die eine Wave annehmen. Okay, bin auf dem Weg. Dann ist uns. Hier ist ein Ward. Nächst damit. Ich versuche die Raut zu pullen, falls Gideon dann reingehen will. Rampage springt. Rampage ist drin. Rampage hat auch schon Nullt die raus. Silence ihn oder Stunt ihn wenn ich vorher. Nullt ist auch raus. Von der Seite, von der Seite. Die ist blind. Die den Offlay. Halt, ich wurde vom Stein getroffen. Aua. Keine Gideon Ultimata. Keine, äh, Komme nicht ran. Bissi monetiert, wer von hier hat. Ich muss jetzt noch elf. Das ist nur Simuriel. Okay, let's go. Ich würde jetzt einfach den Raptor machen, oder haltet ihr ihn noch ein bisschen länger. Ja, den Rampage wird noch holen, oder den könnt ihr Raptor machen. Lol, oh, was? Oh nein, schade. Junge, ich gehe kaputt, Alter. Hab keiner gesehen, hab keiner gesehen. Hast wie ein Leck, hab keiner wahrgenommen. Ja. Holy shit. Immer Leck sagen, wenn man so was. Ja, war auch krasser Leck. Ich komme gar nichts mehr. Okay, Rampage, nice. Wir haben keinen Damage hier irgendwie. Ja, jetzt kommt. Wir haben gerade den Rampage gemacht. Okay. Dann war es ja egal, dass ich gegen die Wand geblinkt bin. Ja. Das war nur, der hat dann durch Hüffnung geschockt. Ich glaube nicht. Über Buffs. Faze kann den Rechner holen. Ja, jup. Bin on my way. Oh, so ein Schild. Ich gehe resetten und eine Flux-Matrix. Ach nee, der hört in mich ja gar nicht, ne? Naja, hört ich nicht. Was baut er denn aus der Healer-Forst? Das ist noch Worldbreaker oder wie das heißt, bauen oder sowas. Ein bisschen Damage. Worldbreaker. Okay. Dieses komische Mage-Tank-Varianten-Dings-Dums. Ja, hab ich gebaut. Ich habe diesen Giant Ring. Na, jetzt habe ich schon Worldbreaker. Okay, pusht eure Lanes. Giant Ring. Warte mal, Drongo ist jetzt alleine. Ohne Support. Echt, ja? Ich denke, hat ein bisschen die Faye ab. Ich habe es gesehen, war im Stream. Ja, Demo. Scheiße. Ich laufe Mitte rechts für den Drongo ein bisschen. Oder ihr geht rechts und ich gehe Solo Mitte. Und Quang geht Solo links. Und dann können wir easy pushen. Sollte eigentlich mit drei fighten können für eine Weine. Wir können eigentlich rechts gehen. So, geht mit Drongo. Der kann halt nicht alleine gehen als einziger. Oh, 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 oh. Wir kommen nach links. Ich werde verprügelt hier. Ja, ja, wir kommen, wir kommen. Nein, wir kommen. Nein, wir kommen. Auch da geht hier. Kommt. Schade. Oh, ich gehe die Minions holen. Jo. Schön, let's go. Alles Gute, kommt von oben, meine Freunde. Ihr müsst ja helfen. Jo, machte wir Drongo zusammen, wir pushen hier. Ihr habt keine Minions, oder? Der kommt. Ne, aber keine. Habt ihr schon mal gemacht? Ich habe jetzt links Minions. Hey, ich bin vorsichtig, Mrs. Kira. Ja, der Gideon will helfen. Geht's hier rein in die Mitte und greift die auch an, damit die hier nicht treffen können? Okay, die kommen gar nicht. Ja, let's go. Da haben wir. Ich dachte, ich muss hier die Akku ziehen, aber... Very nice. Geht ihr nach Hause, Gideon? Wer geht da vorne rein? Ja, ich kann ihn rausholen. Machen wir den rechten noch? Das leben noch alle, also ohne Prime. Den geschützt aus, glaube ich. Ja, alles ist aus. Nehmt deren Jungle mit, wenn ihr könnt. Alles aus. Okay, jetzt ist fast alles weg. Wir haben schon ein Board. Auch ein Board. Ein Mann, ein Board. Okay, können wir rechts pushen. Sechs Sekunden noch für das hier. Ja, lieber pushen. Wurscht, so ein Game. Ja, ja. Jetzt ist schon da vorne. Geht ihr ins Mitte. Das heißt, wir haben kein Recht hier. Alter, der macht einen Platz hier. Jalla, jalla, jalla. Er blinkt rein. Boah, ich wollte ihn ruten noch. Lira. Er ist ja voll aggressiv, Junge. Er nutzt einfach meine Gutmütigkeit aus. Ich bin jetzt nicht so tankig gebaut. Oh, Rampage geht rein. Rampage ist blind. Ignoriert Rampage, wenn es geht. Und holt den Rest. Rampage ist die Glocken für unseren Play. Ja, einfach weg, einfach durch. Darauf macht der Turm mehr. Jo. GG. Kommt man doch kurz zusammen. Ein Heal, Puppenheal. Fürs Foto. Fürs Foto. Bitte lächeln. Er geht mir. Aber er hätte keinen Kill mehr bekommen dafür. Nee, dann execute. Demo, du Asi. Nice, richtig schön. GG. Ja, schade. Ich habe heute alle Runden gewonnen. Er kriegt keine Elo dafür. Schade. Aber kriegt man EP? Nee, auch nicht, ne? Nee, nee, krieg ich gar nichts. Absolut. Alter, das ist doch scheiße. Wenn es nur Normals aussieht. Das ist doch scheiße. Er kriegt kein Ember, kein Elo, kein Account EP, keine Subs. Was ist denn das für ein Scheiß? Wurde sich gar nicht. Ah, GG. Aber war doch geil. Schön, schön ausgespielt. Richtig.